und damit moin moin und ganz herzlich willkommen nach mehr oder weniger zwei wochen abstinenz was hardcore colonization angeht zurück zur hardcore colonization wer hätte das gedacht das kam in der anmoderation jetzt nicht so überraschend darüber wie ich gedacht hätte dementsprechend fällt mir aber auch gerade auf dass ich mir die hälfte von meinen stream moderation sachen nicht aufgemacht habe ich bin so schlecht mit diesem diesem twitch ding so jetzt aber ein ganz herzliches willkommen und einen wunderschönen abend an euch wir werden heute weitermachen ich glaube wir sind in der vorbereitungsphase für yves stecken geblieben ich meine wir wollten noch irgendwas im orbit zusammen basteln das muss ich mir auch heute erst mal wieder ein bisschen angucken in diesem sinne erst mal ein ganz liebes hallo an diejenigen von euch die schon da sind und zwar an den zermidis den uli den den iron thomas den duke skywalker den mickey den neo den iborg den explodort dr sanctus ferlo und lord grimmisch panavia zwero und alle anderen die noch irgendwo rumlurken natürlich auch den borki und dann erst mal ein ganz liebes dankeschön an dr sanctus an explodort und dann laut grimmisch die während oder kurz nach dem intro direkt mal mit ihren resubs um sich geschmissen haben der dr sanctus macht das ja voll melde dich gerne wegen der goldenen rakete in echt schluss anhänger geht immer gut und der explodort macht sogar schon 28 monate voll 28 das erinnert mich daran ich muss mir langsam ich muss langsam ernsthaft beginnen mir im kopf zu machen was ich nach drei jahren anbiete dieser zugzwang dieser zugzwang und laut grimmisch haut auch den 18 monat schon raus vielen lieben dank dafür und ja freut mich dass ihr immer noch dabei seid und ich hoffe dass es euch weiterhin ganz viel spaß macht zuzugucken das geht natürlich auch an alle anderen die irgendwo rumlurken oder im chat rumhüpfen und ich habe die wie angekündigt die na wie heißt das die treue loyalitäts punkte sachen jetzt auf die science geschichten komplett umgestellt das heißt wenn ihr unten auf die kleine blaue wissenschaftsflasche drückt dann könnt ihr angucken a wie viele punkte habt ihr schon und b was was könnt ihr dafür so bekommen wir haben uns das ein bisschen angeguckt haben das halt verglichen mit dem alten system und ja die zahlen sind hier sehr viel höher aber dafür kommt hier auch sehr viel schneller gerade wenn man regelmäßig mit dabei ist die punkte rein und das hält sich so ungefähr die waage also es sind plus minus ein paar minuten mehr gucken oder ein paar minuten weniger von daher sollte das ein relativ fließender übergang sein und die meisten von euch werden ja sicherlich auch schon ein paar von den neuen punkten gesammelt haben und der etienne macht die 24 monate in a row in a row voll holy vielen lieben dank etienne und melde dich natürlich gerne wegen dem jetzt konnte ich beides mal in die kamera halten kurz hintereinander zwei jahres mission patch so jetzt muss ich erstmal herausfinden was ich jetzt letztes getrieben habe mein goldfisch gehirn kann zwei wochen nicht so gut überbrücken deshalb ab heute in 4k ich nicht ich bin also bei dir bin ich in 4k aber nur auf einem 4k bildschirm da ihr werdet einfach nur verwaschener weil ich sende ja nur in normalen 1080p und triumph vielen lieben dank für den reset im zweiten monat vielen lieben dank ich würde sagen wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal zur mission hoch und gucken also ich meine mich zu erinnern irgendwas war was wir noch an die gilly mission an die gilly sage ich schon an die mission anbauen mussten und zwar hatten wir glaube ich einen explizit speziellen gilly länder gemacht den wir jetzt bekörbelt hoch bringen wollten und den müssen wir noch ronde wohnen und ich glaube ich bin sehr schlecht gestartet meine ich genau hier ist die mission da ist der gilly länder das ist sie weiß nicht was mich da geritten hat es ist wirklich komplett die andere seite so wir müssen zum ich würde mal vom gilly länder aus arbeiten mal gucken wie das funktioniert goldfisch gehören so groß damit referenziert ich an diesen ich weiß gar nicht ob das wirklich stimmt ob das forschungsmäßig gewesen ist aber es wird immer gesagt so goldfische hätten so ganz schlechtes gedächtnis irgendwie so nach neun sekunden ist alles für die wieder neu oder sowas genau also darauf referenzierte ich mit goldfisch gehören ansonsten so groß ist mein gehirn natürlich nicht ich wollte hier keine können größen nicht so gut abschätzen genau genau wir sind im schätzen einfach nicht so gut so andrex und neo haben auch ziemlich hunger das ist aber jetzt euer problem und nicht meins also hört auf mich damit zu belästigen ich mach das einfach mal zu guckt mal schon geht es euch besser neo hat die haare heute aber schon wieder schön gekämmt ganz tollen scheitel gezogen ganz hübsch neo gut gemacht also kämmen kann er okay hier sieht es aus wie ja wie habe ich mir das denn vorgestellt wollte ich auch noch was betanken ich muss jetzt erst mal hinfliegen ich weiß es nicht mehr genau und tomit rocket vielen dem dank fürs volle und ganz herzlich willkommen bei den körbonauten wir haben auf jeden fall relativ viel liquides fuel also auf deutsch sprit mit dabei das heißt ich würde glaube ich hier eher den part machen wo ich wo ich größeren orbe ziehe um mich einholen zu lassen denke ich ja wir sind hier schon relativ hoch ich glaube das passt das sollten wir jetzt ein bisschen ein bisschen noch weiter befördern dass wir erstmal bis zu apu abscess warpen und da den orbit größer ziehen weil wir sind jetzt wirklich exakt auf der auf der auf der gleichen seite würde ich schon sagen auf der auf der falschen seite solarpaneele sind draußen das heißt so weit sind wir vorbereitet wie hatte ich mir das denn gedacht also klar dass hier das hier soll als gililänder vorne ran das weiß ich noch aber was hatte ich hiermit irgendwie wollte ich damit irgendwo andocken ich glaube es ging um nachtank ich glaube es ging um die thematik des nachtankens und der und der ganzen problematik ich glaube ich ja genau da drin ist noch ein kleiner docking port den wollte ich anbauen mit dem ingenieur und dann seitlich ja 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 okay ich glaube ich habe es mein kleines goldfisch gehirn hat sich wieder hochgefahren ähm es gab es gab aber jetzt kann ich mal vorlesen jetzt kann ich mal richtig klug scheiß nicht ich hoffe shadow portal reitet mich gerade nicht rein sondern das ist achtung alle angaben ohne gewehr und ohne goldfische äh es gibt versuche mit goldfischen und raubfischen im aquarium wenn der goldfisch angeknabbert wird ist er ein paar sekunden in panik und danach weiß er nicht mehr dass der raubfisch ihn gleich wieder ein stück ein stück raus beißt okay ich hoffe für alle goldfische dieser welt dass das so nicht noch nicht häufiger im ideal für gar nicht durchgeführt wurde aber hoffentlich nicht häufiger durchgeführt wurde ähm arme goldfische okay ich habe das jetzt vorgelesen und ich hoffe es war einfach nicht komplett falsch aber ich habe da vertrauen ihr seid ja alles ihr seid ja alle sehr viel schlauer als ich deshalb wisst ihr solche sachen so ich gehe jetzt mal zur APO-Apsis hoch Orb hier so und dann werde ich meinen Orbit etwas größer ziehen denn im moment ist quasi die EVE Mission da drüben und fliegt einen sehr sehr tiefen Orbit ähm und ich würde das jetzt so machen dass ich mich hiermit erstmal in eine höhere Umlaufbahn bringe damit die aufholen kann und dann würde ich glaube ich die EVE Mission zu uns in den höheren Orbit holen wenn das geht weil sonst verschwenden wir Energie die EVE Mission muss eh irgendwann aber wohl eigentlich ist es gar nicht so gut ne für einen für später wir wollen nachher eigentlich einen direkten Transfer rüber nach EVE machen in 20 plus Tagen irgendwann ist es soweit ich glaube 26 waren es noch 26 Tage da ist jetzt natürlich die Frage ne was was spart uns mehr Sprit ich glaube ja für so einen langen Burn ist der Oberfeffekt tatsächlich der bessere Effekt sodass wir nah am Planeten dran bleiben mit der mit der EVE Mission und mit dieser Mission runter bremsen um dann den Oberfeffekt beim raus beschleunigen zu nutzen so und ich meine der Plan war also schimpft mich und korrigiert mich aber ich meine der Plan war über diese seitliche Andock Luke quasi ein Großteil des Spritz den wir hier mit transportieren rüber zu transferieren meine ich ich meine darum ging es dass wir irgendwie relativ wenig Sprit hatten aber das können wir uns jetzt gleich mal angucken weil das werden wir sehen sobald wir angekommen sind so äh hier ist unser Ziel ich log die mal kurz ein damit ich sie im Auge behalte so und wir müssten jetzt hier eigentlich einen ganz guten einen ganz guten Timewarp hinbekommen ohne uns irgendwie zu töten läuft das hier alles das Electric Charge kriegen wir rein gut essen sind die Jungs nicht besonders glücklich aber das regelt sich ja gleich wir haben 14 Tage meine ich Puffer genau 14 Tage Starving 7 Tage Habitation so lange werden wir auf keinen Fall im Orbit sein das sind jetzt irgendwie 2-3 Orbits um das Ding hier ranzuziehen so wir müssen gleich mal gucken ist es vielleicht im nächsten Orbit schon machbar ich würde das jetzt gerne mal ausprobieren ob wir hier schon aufgeschlossen haben das könnte noch ein Orbit zu früh sein oder es ist sogar schon der Heimat ist schon überholt ne müssen wir es hier irgendwo machen ok doch doch so zeitig schon ja das sieht gut aus ok jetzt verfeinern wir das noch ein bisschen würde ich sagen gucken wir woran es liegt ah Inklination ne Inklination auf jeden Fall ein Thema vielleicht sollten wir das noch vorher klären so wir haben jetzt bla 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 wir sind hier dann haben wir jetzt hier gleich noch die Möglichkeit unsere Inklination einmal anzugleichen wenn wir eh weiter draußen sind ein bisschen ticken billiger so dann haben wir das schon mal dann sollte der Treffer nämlich auch ein bisschen besser werden so zack überhaupt zunächst mal über so das ist ja auch nur eine Kleinigkeit das heißt wir können jetzt hier die Drehung schon mal vorbereiten das kostet uns 73 Meter pro Sekunde ja das ist ok so wir haben relativ viel Monopropylant mit dabei das heißt wir sollten auch gucken dass wir in Teilen auf jeden Fall mit dem Monopropylant arbeiten das werden wir nicht komplett für Stocking brauchen was ich gerade überlege ist hier hatte ich Dinger angebracht ne ja was nicht so schlau war fällt mir gerade auf ist dass die nicht zum bremsen gut sind die funktionieren glaube ich nur nach links rechts oben unten so wie ich die gesetzt habe ich na gut mal sehen ja ja ne bei den größeren Abweichungen Neo gucke ich tatsächlich nach bei den leichten Abweichungen ist das immer so schwer zu erkennen dass die Zeit es rauszufinden deutlich länger und intensiver ist als irgendwie einfach einmal kurz zu ziehen und zu gucken in welche Richtung es geht also tatsächlich bei so 1-2 Grad Abweichungen das ist am Kreis so schwer zu erkennen den muss man so genau ausrichten dafür dass sich das irgendwie gar nicht wirklich lohnt so good enough hoffe ich mal ja 0,1 nobody cares so und dann war es irgendwo hier so mal grob die Stelle suchen aber irgendwo hier hat es stattgefunden ja irgendwo hier halt bisschen weiter vor noch bisschen weiter zurück ok dann sind wir hier bei 2,8 Kilometer super fair nehmen wir so warp to next manöver so und dann müssen wir uns mal angucken wie das mit dem Sprit war aber ich meine das war ein Bremsmanöver glaube ich primär ein bisschen Sprit übertragen können wäre das ja gar nicht schlecht aber ging es doch um Sprit? aber muss ja oder? warum würde ich das sonst machen? wir werden es sehen erstmal fliegen wir dahin als allererstes muss das Ding hier ran ich werde meine Gründe gehabt haben hoffe ich ich hoffe ich hatte Gründe mein Vergangenheits-Ich hatte bestimmt auch sehr gute Gründe dafür so jetzt bremsen wir gleich einmal und wir werden uns dann mit dem anderen Gefährt in grob einem halben Orbit treffen da müssen wir auch noch mal ein bisschen nacharbeiten also sprich einbremsen und und die restlichen zwei Kilometer überwinden so dann wird das da vorne angedockt glaube ich ich denke dass das der erste Schritt sein wird warum ist das eigentlich offen? das ist ein Grund das ist irgendein technisch medizinischen Grund dass ich das hier aufhabe fühlt sich auf vielen Ebenen falsch an auf jeden Fall sieht komisch aus ich mach das jetzt mal zu war hoffentlich nicht wichtig du könntest dir fürs nächste Mal ein paar Notizen machen aber dann wäre es nur halb so lustig wenn ich mich wenn ich mich nicht selber überraschen würde ich könnte auch einfach mein eigenes Video gucken aber auch das wäre nur halb so lustig von daher lebe ich da einfach mit dass das so ist so dann würde ich mal sagen worpen wir mal grob hier hin so und dann sollten wir in eine relativ gesunde Nähe mehr oder weniger gesunde Nähe zu unserem Zielobjekt kommen und welches dort schon zu sehen ist so zack Time Warp ist auch durch dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich wir haben relativ viel Geschwindigkeit das Unterschied weil wir aus einem viel höheren Orgut kommen ich habe ein bisschen lange gebraucht fürs Drehen das heißt wir würden uns jetzt ein bisschen abhanden kommen aber viel ist es nicht so und dann können wir uns schon mal auf dem Weg dahin machen ich würde das jetzt gar nicht massiv übertreiben weil wegen Licht und so das darf gerne ein paar Minuten dauern wir sind ja noch auf der Nachtseite und ich will auch nicht ganz so viel bremsen hätte ich gesagt um was geht es heute wir bereiten die EVE Mission vor EVE Probes also ich liefer gerade den Ghilliländer noch bei der Mission an sich ab und ich glaube es ging um irgendwas mit Nachtanken bilde ich mir zumindest ein aber vielleicht irgendwas lief beim Start nicht so gut und ich meine ich meine ich habe etwas viel Sprit rausgeschossen aus der Mission und muss die jetzt nachfüllen glaube ich zumindest zumindest macht vieles an diesem Raumschiff Sinn wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet ansonsten lasst euch überraschen wir werden sehen so da ist auf jeden Fall noch eine Rakete hinten dran aha aha Begrüßung gibt es jetzt nicht mehr einzeln wegen Robert's Goldfisch gehören was? so 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 erster Step wäre mal dass wir das Ding hier abliefern in einer guten Position mit relativ wenig Abweichung zu der ganzen Geschichte so so ich glaube so ist doch schon mal nicht schlecht so ich glaube ich schalte jetzt einfach mal um dann können wir nachgucken was ich glaube oder nicht ist ja völlig unerheblich genau hierfür ist der Sprit meine ich gedacht ist hier sonst noch irgendwas leer? ne hier ist alles voll hier ist halt 3000 Meter noch also gut da werden wir jetzt natürlich ein bisschen was vorne noch ranhängen an Gewicht vielleicht dadurch also so schlimm finde ich es jetzt gar nicht war jetzt irgendwie hart beunruhigt aber irgendwie ist es gar nicht so schlimm wie ich gedacht habe das sind die genau also für alle die es nicht mitbekommen hatten letztes Stream hatten wir dann gebaut das ist quasi unsere unbemannte unbekörbelte Eve Mission basiert im Kern auf der Duna Mission nur ohne Sample Return meine ich doch das könnte auch ein Sample Return machen hm ach ne ohne dass die Dinger Sample Return machen genau das Ding hier könnte theoretisch Sample Return ob wir es dann tun ist ja eine andere Frage ähm die Dinger sind ohne Sample Return gedacht weil ich komme von Eve halt einfach nicht wieder weg das hier ist ein kleines Funknetzwerk das war so eine Lektion aus der aus der Duna Mission dass es cool wäre ein echtes Funknetzwerk zu haben dann kann der hier nämlich als echter großer Relay dienen die als kleine Relays und wir haben eine viel bessere Funkabdeckung das war auf Duna ein bisschen kritisch vorsichtig gesagt ja das ist noch die Triebstufe die uns dann unterwegs oder auf den Weg schicken soll und hier vorne hier drüben haben wir jetzt den Gilliländer der soll hier vorne noch dran das wäre so der Plan also hier anzudocken das würde ich jetzt als erstes machen und dann haben wir meine ich noch relativ viel Equipment mit dabei also hier ist ein Docking Dingens und hier drin ist meine ich noch ein Docking Port ähm um an diesem Tank Sprit umzupumpen und noch ein bisschen Sprit reinzupacken ob auch immer das wirklich nötig ist ist eine andere Frage so ich würde sagen wir fangen jetzt mal an wir machen mal als allererstes die Kiste hier arbeitsbereit ähm und ich hoffe ich habe das richtig zusammen getrudelt so ich hoffe ich hoffe dass das war was ich machen wollte wenn nicht machen wir es jetzt trotzdem und äh und der Zersiedler vielen lieben Dank für den Resub 19. Monat mit auch mittlerweile schon meine Güte das ist dieses Sprechending schwierig 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 so ähm zack und äh die Couple Note so und jetzt hoffe ich ich habe nichts kaputt gemacht kann ich die steuern sieht gut aus jetzt kommt der spannende Part ich glaube ich kann nicht rückwärts natürlich kann ich nicht rückwärts Schub geben wie hätte es auch funktionieren sollen das heißt aber auch ich kann nicht Bremsschub geben was die ganze Sache vermutlich relativ unterhaltsam macht beim Docking gucken wir mal also ich habe hier ein RCS dran das ist hier hinten an diesen Düsen zu erkennen also ich kann seitlich jonglieren was ich nicht habe aha wir freuen uns alle sehr ähm ist vorwärts und rückwärts gerichtetes RCS weil einfach weil ich manchmal meine Aussätze habe ich habe halt manchmal auch ein bisschen meine Aussätze müssen wir mal alle ganz ehrlich sein so äh ich mache hier mal ein Locked Mode an das ist wahrscheinlich ist auch ein bisschen asymmetrisch insgesamt die Sonne ne okay äh hier hier war es irgendwie okay so äh jetzt wird es ein bisschen spannend ich würde jetzt mal sagen wir fliegen jetzt erstmal hier rüber achso ja dafür machen wir natürlich dafür muss man Antriebe einschalten ich zeige euch das mal kurz das funktioniert so so und ein bisschen runter schreit ich wahrscheinlich auch nicht so zack so dann können wir nämlich schon mal retrograd gehen mit der ganzen Kiste das wird nämlich nicht ganz einfaches Docking Manöver um es schon mal so zusammen zu fassen einfach weil ich an der falschen Stelle gespart habe was ich dazu sage ja jetzt wo es mir auffällt finde ich es natürlich unangenehm guck euch das mal an hat auch ein bisschen was dynamisches sage ich jetzt einfach mal diese leichte Schrägstellung aber innerlich innerlich tut es mir ein bisschen weh muss ich ganz ehrlich sagen ich versuche einfach nicht so sehr drauf zu gucken aber schön ist es nicht schön ist es nicht dreht sich das Ding das ist nicht so gut so jetzt noch mal der ist es der ist es da sind wir ok da sind wir so jetzt wird es spannend also wir machen hier so eine ganz leichte das finde ich übrigens nicht die schönsten Dockings wenn man so von oben noch auf dem Planeten guckt wenn möglichst viele Dinge einfach auf überaus unangenehme Weise in unterschiedlichen Richtungen in Bewegung sind that's the Docking Spirit so machen wir mal so dass ich hier irgendwie sehe was ich tue ok ok und jetzt gucken wir mal dass wir das auf ein gutes Docking korrigieren hätte ich jetzt einfach mal gesagt die Geschwindigkeit ist nämlich so ganz ok die Annäherung mit 0,1 viel schneller also 0,2 wäre auch noch ok aber viel viel schneller sollten wir das eh nicht machen ich glaube es ist ok ich muss noch ein bisschen mehr Schub geben weil durch diese durch meine Korrekturen wird es ein bisschen langsamer dann oh Sonnenaufgang wonderful von da achso ja gut wenn wir so lang fliegen dann macht das Sinn schön schön sieht das aus so wie sieht es denn insgesamt aus wir sind in einem relativ guten Anflug hätte ich gesagt wir könnten ein bisschen nach links noch hallo ein bisschen nach links traversen hier sieht erstmal noch gut aus wie gesagt hier kann man noch ein bisschen rüber vielleicht kann man auch ein bisschen schneller darauf zu fliegen please so scheinbar verliert sich das ja irgendwie unterwegs hier der Schwung aufgrund von was auch immer so höher ja erstmal ok noch ich glaube jetzt können wir seitlich den Drift korrigieren genau 20 Meter pro Sekunde nennt man das auch Kollision das ist richtig außer man hat sehr starke Dämpfer in den Docking Ports drin dann kann das eventuell funktionieren ähm meistens aber nicht so gut so das sieht aber relativ schick aus muss ich sagen scheint ok zu sein erstmal so die Probe hat auch jetzt haben wir das auch mal gelernt hat 1582 Delta wieder können wir auf Gilly glaube ich richtig Bio mal frühstücken mit also gut wir müssen auch nach Gilly fliegen aus einer Evo-Umlaufbahn aber ich bin zuversichtlich dass wir mit der Kiste richtig was reißen können da müssen wir mal gucken wie viel Sinn macht hatte ich hier hatte ich hier so einen Science Container eingebaut ich dachte ja sehr gut ok das das ist super wichtig bei der Kiste wäre jetzt halt auch ein bisschen spät ist zu bemerken aber hey äh zack zack ok 3 Meter noch ich glaube wir sind ganz gut unterwegs wir können ein bisschen höher noch so und dann machen wir hier einfach aus und sagen mach mal man kann halt viele schlechte Sachen über mich sagen aber nicht dass ich das mit dem Docken nicht hinbekommen würde gut kommen wir zum zweiten Teil der ganzen Veranstaltung so so jetzt können wir hier mal ein bisschen mit der Arsch sich erst um uns schmeißen was ich mir auch dabei gedacht habe ich werde Gründe gehabt haben ach nee es ging darum dieses Ding umzubauen glaube ich oder und dann damit anzudocken war es so? war es so? ich weiß es nicht mehr ok wir sind auf jeden Fall schon mal in der Annäherung das ist gut und hier können wir ruhig auch ein bisschen Stoff geben ich meine wir haben es ja so rein Monoprop mäßig ähm wir können dann nachher wahrscheinlich über Monoprop die orbiten wir sind so tief was den Orbit angeht so dass wir unser gesamtes Fuel stiften können so KSP2 wurde verschoben ja das ist korrekt da hat der Neo recht es gab eine ähm ein Tweet war es glaube ich von äh also ich habe es im Tweet gesehen ähm in dem sie berichtet haben auf der Jahreshauptversammlung Aktionärsversammlung ich weiß nicht mehr genau was es war äh von Take2 Interactive wäre erwähnt worden dass KSP2 sich verzögern wird ja und mal gucken was das bedeutet also auf jeden Fall schon mal nicht Frühling 2020 so viel können wir schon mal ausschließen das ist aber gut dann habe ich Zeit für Cyberpunk also von daher es könnte alles schlimmer sein es könnte alles schlimmer sein Quatsch das wäre nicht mal ein Albtraum crazy das wäre super freuen würde ich mich so wir translating hier mal rüber zu dem Tank von dem ich vermute dass ich zu diesem hin wollte so dann müssen wir uns gleich mal angucken was ich eigentlich vorhatte ich glaube meine Düsen korrigieren für mich mit oder? ich glaube meine Düsen korrigieren für mich mit oder? das möchte ich nicht dafür habe ich das Reaction Wheel so wir gehen jetzt mal in guter Piraten Manier längsseits bevor wir Enter Pirat Neo rüberschicken beziehungsweise wir erstmal eine Inventur machen was in diesem Kasten da drin ist danach können wir dann weitere Entscheidungen treffen wie sich mein Vergangenheits-Ich das gedacht haben könnte Huch Check! Nobody moves Ok Neo Dein Auftrag los geht's Du darfst gerne auch loslassen ne? Neo hat immer so viel Freude wenn er draußen im Wälder ist Oh toll man sieht die Reflektion des Raumschiffs auf deinem Helm auch sehr schön Es sind die kleinen Dinge Inventory Ah ist tatsächlich ein Docking Port mit drin ne? Dann machen wir es doch Ok das ist too much sagt er Wui Kleine Rückwärtsrolle Ok dann müssen wir näher ran mit der Kiste Hätte ich gesagt packen wir Neo mal hier drüben hin Kann sich da mal kurz draufsetzen und zugucken was wir hier so treiben und uns einwinken quasi Ah das ist ein toller Ausblick ey Das ist doch mal ein Arbeitsplatz Neo oder? Das ist mal ein Arbeitsplatz So Magnetstiefel an Kleiner Scherz am Rande Sowas Tolles haben wir nicht So Jut Jetzt müssen wir die Kiste hier drüber rüber traversen Das ist ja relativ einfach einzupacken dann Überraschen Vielen lieben Dank für den dritten Monat ReShub und herzlich willkommen in Team Bronze dann So wir müssen ja jetzt nah genug ran Das Neo quasi das Bauteil aus der aus dem Fach rausnehmen können Das ganze dann nach Möglichkeit ohne Kollision Das wäre schon toll So Da haben wir keine Bewegung mehr Ein bisschen rückwärts einpacken noch Ich glaube Neo hat sich heimlich wirklich irgendwo Magnetstiefel besorgt Guck mal wie der da auf Position bleibt Krass So So und jetzt gehen wir ganz schnell rüber Machen mit Neo seine Arbeit Machen mit Neo seine Arbeit Machen wir den Dockingport hier anbauen Fertig Das war ja einfach Wupp Jetzt müssen wir einmal kurz die Kollision mit diesem Raumschiff verhindern Danke So Ein Parkmanöver war nicht ein bisschen knapp gesized So das passt ganz gut glaube ich Dann Gucken wir jetzt mal dass wir die zwei Sachen zueinander bringen Mal gucken ob das klappt Ich hätte natürlich auch einfach mit dem Ding docken können Ich weiß nicht was da in meinem Kopf Äh Vorgegangen ist Warum ich nicht gedacht habe ich kann das so docken Aber wer weiß Wahrscheinlich Bestimmt weil ich gedacht habe so ja mein Dockingport vorne ist ja besetzt Blablabla Aber ist ja Blütze ne Ist ja voll Blütze Erstmal ein bisschen vorwärts Dann Dann Drehen So jetzt müssen wir mal schauen Also Vorwärts Rechts Äh Entschuldigung ich sehe jetzt alles Kopf wieder Mein Fehler So Also das ist mein Ziel Das ist mein Control Und da fliegt irgendwas relativ nah rum Hoffen wir das dabei bleibt Dass es nicht Ich glaube Sachen machen will So Also wir wollen da lang Und wir wollen tiefer Und wir wollen nicht ganz so schnell Nein 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 Ich hab mich gut Irgendwie verstehe ich gerade mein Translate noch nicht So, okay. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss noch ganz kurz relativ viele Korrekturen machen. Äh, so, wie war das jetzt? Nach vorne ist so, ne? Okay. Oh, wo es zieht. Okay, ich mach mal aus. Ah, sehr schön. Das sieht nicht gut aus, aber es hält. So, Landvor, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit dem Kerbaly-Mode. So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck und dann gucken wir mal, ob das mit dem Betanken klappt. Hm. Hm. Ah, sehr schön. In, in, eigentlich brauchen die ihren Sprit gar nicht mehr. So meine Unterstellung. Jetzt können wir alles hier drüben verfeuern. Weil ihr müsst ja nur noch zurück und ihr habt noch massig, massig an Monoprop. Apropos Monoprops hier in die Monoprop-Nachtung. Das ist auch nicht ganz zu Ende gedacht, oder? Die zwei Sachen hier nachher zu docken. Ja gut, aber die Kiste kann docken. Wird schon irgendwie gehen. Crackhack, vielen lieben Dank für den sechsten Monat. Halbe Jahr ist voll und damit willkommen in der silbernen Raketenkategorie. Ich glaube, halbes Jahr ist Silber. Ich glaube, das ist Silber. Okay. Lasst uns mal ein paar Sachen gerade ziehen. Das kann rein. Das kann rein. Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Z-Maker, vielen lieben Dank für den fünften Monat. Grease Up. Dankeschön. Haben wir irgendwas vergessen? Sonst würde ich jetzt hier... Glaube ich... Inhaltlich den Sack zumachen. Das kann dann alles mal eingefahren werden. Zack. Zack. Und wird die Jungs hier nämlich nach Hause bringen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ob ich schon wieder von der richtigen Seite kontrolliere. Jetzt. So. Ob ich Drehdruck gerade. So. Und dann würde ich sagen... ...macht Neo noch ganz schnell... ...einmal sauber da. Das ist ja alles nur unnötiges Gewicht auf dem Weg nach Yves. Einmal abgehackt. So. Und dann geht's ab nach Hause. Schönen guten Abend. An den Dadaxa und den Major Spanker. Ne. Ihr zwei. So. Zack. Und... Und... Weiß ich mal nach welcher Punkte mal zahlbar und sich einen Körbel kaufen kann. Ja. Das kannst du sehen, indem du unten auf diesen... ...wundervollen blau... ...mit blauer Flüssigkeit gefüllten und kleinen Blubberbläschen, die die... ...massiven Wissenschaftspunkte darstellen... ...ääh... ...ääh... ...gefüllte Fläschchen drückst und dann wird dir angezeigt, was es... ...so zu holen gibt. So. Oder was... ...was es für wie viel Kohle... ...Wissenschaftspunkte freizuschalten gibt. Trifft das, glaub ich, eher. So. Und wir die Robiten jetzt mal, oder? In der Hoffnung, dass das halbwegs reicht. Was ich hier noch mit dabei hab. Oh. Wird wohl reichen müssen. Es ist okay. Tschüss. Okay, ich weiß nicht, was dieser Satz bedeuten sollte. Und ich glaube, dass das nicht das einzige Wort, was du korrigieren musstest. Also wirklich nicht. Und alle. Sehr gut. So, dann können wir das hier scharf machen. Sehr schön. So, Freunde, dann. Ihr zwei. Ab nach Hause. Jetzt wird es ein bisschen dunkel noch, aber... ...wir werden die Nacht gleich erhellen. ...und unseren wundervollen... ...leuchtfeuer des Wiedereintritts. So. Unser Raumschiffchen übernimmt. Einen Teil der Aufgabe, wir den anderen. Ach, crazy. Ja, deutsch ist nicht ihre Muttersprache. Das sehe ich auch so, ja. Das merkt man schon. Dass da das österreichisch immer ein wenig durchkommt. Ui. So, 64 Kilometer. Ich mache mal ein bisschen Zeitreffer an. Das zieht sich sonst hier. Tschüss, Raumschiff. So, Heatshield geht langsam los. Ganz großzügig der Ozean werden. ...und zwischen der Wüste und dem KSC. Da hinten geht... ...der Rest... ...zu Boden. Aber ich glaube... ...hahaha. Alle bannen inklusive dem Streamer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist manchmal auch die einzige sinnvolle Maßnahme, die man machen kann. Schön, dass wir uns da einig sind. Schön, dass wir uns da sehr, sehr einig sind, alle. Wir werden noch nicht auf diesen winzigen, kleinen... ...doch werden wir bestimmt gefallen. Wir fallen doch in die Wüste rein, habe ich so das so ungut gefühlt. Oder wir stürzen noch vorher ins Wasser. Das wird aber knapp, glaube ich. Könnte aber auch noch funktionieren. Na, so schnell sind wir nicht mehr. Vielleicht platschen wir noch ins Wasser, aber ich glaube es fast nicht. Na, bleiben wir noch so stark. Sieht nach Strandurlaub aus insgesamt. Jetzt alle bei uns gleichzeitig machen. Wenn ihr euch alle einig seid und ein Quorum bildet. Na, ja, ja, der fällt noch. Der fällt noch auf den Strand, glaube ich. Ja, ja, der fällt noch auf den Strand, glaube ich. Ja, der Fallschirm ist auch noch zu weit, um das noch mal signifikant runterzubremsen. Wo diese kleine Bucht da... Das könnte eine knappe Nummer werden, ne? Ah, doch. So weit bremst er nicht mehr. Hinter der ersten Düne links. So, was sagt die Empfehlung zur Oberfläche? Sagt, wir sind uns relativ einig. Falsche sind auch safe aus. Full Deploy. In den Sand hinein. In den Sand hinein. Sehr schön. Oh, da steht auch ein Oller-Kaktus rum. Oder? Ich fühle mich wie ein Kaktus aus. Boom. Jetzt ist es schon weg. Kapseln noch ganz. Sehr gut. Hinter der ersten Düne. Links. Ja, leicht links. Ich zeige euch das nochmal. Ist leicht links. So, äh, genug rumgesponnen. Gut, also, die beiden sind von ihrer Mission zurück, haben... Soweit ich meinem Vergangenheits-Ich-Vertrauen kann, ihren Auftrag erledigt, soweit ich den richtig interpretiert habe, interpretiert habe. Ähm, damit ist die Eve-Gilly Mission eigentlich abreisebereit in 26 Tagen. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir mit den 26 Tagen noch? Ach, gucke mal. Der Neo hat ein Ribbon dafür bekommen, dass er mehr als eine Minute in der EVA war. Du warst also scheinbar noch nie so wirklich draußen. So lange... Wirklich lange. Also wirklich lange draußen. Das meine ich damit. So, äh, Science haben wir noch nicht so viel wieder. Das dauert noch ein bisschen, meine ich. Ja, 41 Tage noch. Bis unser Lab wieder voll ist. So, haben wir jetzt irgendwas Wichtiges? Ich möchte jetzt einmal rausfinden, ob wir was Wichtiges zu tun haben die nächsten 25 Tage. Sonst würde ich jetzt den Zeitsprung auf den Abflug Richtung Eve machen. Ähm. Dass wir das Zeitfenster dann ideal treffen. Aber dafür müssen wir einmal nachgucken, ob es irgendwas Wichtiges zu tun gibt. 158 Tage. Alles ist gut. Also sowohl die Dawn Station als auch die Kerbin Space Station. Sind soweit safe. Das sieht gut aus. Das heißt, wir können mit sehr gutem Gewissen einen Zeitsprung machen, oder? Oh, und guck mal, der Sentinel ist auch fast soweit. 17 von 20. Komm schon. Komm schon. Vielleicht kriegt er das sogar noch voll, bevor wir abfliegen. Zehn Tage haben wir noch. Funknetz-Technisch sieht das auf jeden Fall schon ziemlich Disco-mäßig aus, was wir hier treiben. Wisst ihr, was wir uns mal angucken könnten? Aber es sieht noch, sieht noch okay aus, wie es scheint, den Yule Explorer. Aber er scheint noch eine gute Verbindung zu haben. So, jetzt werden wir rausgeholt aus dem Time Warp. Ich gehe da mal selber auch mit raus. Gut, Freunde, lasst uns da direkt hinspringen. Ähm, wir fliegen. Thank you. Kerbin nach Eve. Transferfenster. Und wir fliegen los, würde ich sagen, ne? So, weil wenn wir die losgejagt haben, dann können wir uns mal überlegen, ob wir technisch soweit sind, dass wir vorbereitend auf die zukünftigen Missionen auf Minmus die Tankstelle hinbauen. Also die Bodenstation. Die würde ich diesmal relativ automatisiert, glaube ich, bauen. Und dann ist die zwar schlechter drauf, aber, also sie hat halt keinen Ingenieur. Das heißt, sie baut nicht so gut ab. Dafür können wir uns aber um alles, also brauchen wir uns um alles andere keine Sorgen mehr machen. Das wäre halt so die Überlegung. Es bindet dann halt auch niemand von euch, sondern ihr könnt mit euren Körbels quasi Weltraumreisen unternehmen. So. Control from here. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einen guten Exit erwischen. Also, wir wollen nach Eve. Soweit sind wir uns ja einig. Und um nach Eve zu kommen, müssen wir grob in diese Richtung starten. Können wir gleich nochmal ein bisschen korrigieren und dann rumspielen, aber im Großen und Ganzen ist das so die Richtung. Ja. Vielleicht wirkt das hier alles ein bisschen eigenartig, was gerade passiert. Okay. So. Inklinationsmäßig. Passt das nicht so ganz. Das müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen, hier Treffer draus zu machen. Ungefähr zumindest. Dann brauchen wir schon mal nicht mehr ganz so viel Schub, wenn wir so tun. Jetzt wird noch die Frage, wie kriegen wir das höhenmäßig gehoben. Dann. Mal gucken, ob wir irgendwie sinnvoll was dran tun können. Okay, da ist schon mal eine Art Treffer. Der sieht aber noch nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich gesagt, will ich mir das ein bisschen anders wünschen. So, jetzt machen wir mal hier ein und dann den Vollgeschuss hier. Aber ich mache es ja so am meisten Sinn. Mal gucken. Wie die hier zueinander bringen. Aber der passt nicht so ganz, ne? Okay. 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 So, jetzt mal gucken. Sonst muss ich das ein bisschen... ein bisschen vernünftiger aufbauen. Okay. 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 So. So. Und jetzt hätte ich hier den Note auszugleichen. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Ja. Das macht doch nicht Werbung. Ich mache auf meinem Kanal, was ich möchte. So. So sieht es nämlich aus. Äh. Zack. Und wieder ist mal drei. Verdammte Axt. Ich treff. Yves nicht sauer aus einem Schuss. Kann das sein? Das wäre sehr sehr ungünstig. Aber warum nicht? Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Nicht komplett zumindest. Also der Abstand wird hier immer größer. Mal größer, mal größer. Zack. Kleiner, 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 kleiner. Bla, bla, bla. Wir sind der Sache schon relativ nah. Und hier rutscht er mir weg. So. Jetzt kommen wir es mal über eine Radialbewegung. Ein bisschen einzugrenzen. Das ist wirklich weit von perfekt, liebe Freunde. Far von perfekt. Aber wir müssen es ja irgendwie treffen können. So. Jetzt haut er mir gerade wieder ab, glaube ich. Ja. Mal gucken, ob er ein bisschen nachkommt. Wir gehen wieder in die Richtung. Wir kriegen das hin. Wir bekommen da ein Encounter hin. Das ist jetzt ein bisschen gefummelt. Und so weit dürften wir vom Catch auch nicht mehr entfernt sein. So, hier ist jetzt wieder Feierabend. Jetzt ziehen wir es damit wieder runter. Ja, das ist jetzt nicht schön, aber... Okay, damit ist Schluss jetzt. An der Stelle. Jetzt gehen wir wieder hier lang. Wir müssten hier jeden Moment eigentlich in Richtung eines Catches kommen. Und mehr will ich ja gar nicht von ihm. Oh, jetzt wird es dünn. Komm schon. Fang mich ein. Du verrückter Planet. Das gibt es doch nicht. So nah und doch so fern. Komm schon. Komm schon. Ich weiß, dass du mich... in deine Umlaufbahn reinlassen willst. Du blöder Planet. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir sind doch fast schon Freunde. Komm schon. Ich kriege ihn nicht exakt getroffen. Okay, aber lasst uns das als eine Grundannahme machen. Und wir nehmen jetzt erstmal diese zwei Korrekturen. Und dann muss ich hier nochmal, ich muss noch ein bisschen was korrigieren, um ihn zu treffen. Ein bisschen was. 161 Meter pro Sekunde ist relativ optimistisch, mein Freund. So, ich würde dann mal langsam anfangen zu brennen. Wir haben jetzt noch zwei Minuten bis zum Note. Gut, ich glaube, ich glaube, das ist nicht komplett korrekt. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt gerade noch im Sinken. Aber eigentlich ist es ganz gut für unsere Delta-V-Ausbeutung. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ich gucke mal was. Oh, da ist noch was an. Sorry. Äh, erstens Trust Limiter hoch. Zweitens Shutdown Engine. Besser. So. Burn Time 6 Minuten. Das heißt, wir hätten eh schon vor einer Weile anfangen sollen. Bist du ja hoch. Japp. Und los geht's. So, nächste Stage wäre das Triebwerk. Das ist auch prinzipiell okay. Glaube ich aber nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht, was er hier gerade treibt. Aber eigentlich sind alle... Sag, dass dein Crossfeed aus ist. Please. Du nimmst das in Sprit von hier. Das ist ja alles, was ich sehen will. So. Gut. Jetzt noch mal hier ein bisschen aufpassen, wie gesagt. Ah, genau das meinte ich. Mit ein bisschen aufpassen. Wir kommen halt sehr, sehr knapp an der Atmosphäre lang. Ich glaube, ich muss gleich einmal auch kurz ausmachen. Das wird nämlich zu knapp. So leid es mir tut. Da muss ich kurz... So. Hier sollten wir jetzt halbwegs safe sein. Damit wir auf keinen Fall durch die Atmosphäre durchrasseln. Es ist gut, so tief wie möglich diese Nummer abzuziehen. Da sind wir ja wieder beim Thema Oberfeffekt, aber... Wir dürfen nicht durch die Atmosphäre gehen. Das sieht jetzt aber gut aus. Also jetzt haben wir den... Die Pilgrabs ist hinter uns. Die Burn-Time hat er eh komplett falsch berechnet. Also irgendwas verwirrt ihn massiv. Ist aber auch egal. Wir fliegen das einfach Pi mal Daumen. Wird schon irgendwie hinahauen. Dann machen wir die Korrektur in relativ bald. Das wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Also da machen wir dann... Ähm... Die Inklinationsanpassung. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch rausgeprügelt aus der Rakete. Die Delta V. Die Anzeigen da oben sind halt einfach mal komplett null und nichtig irgendwie. Äh, Krampfgarten, vielen lieben Dank für den Raid. Ganz herzlich willkommen an dich und deine Raiders. So, ich hoffe, dass nicht das Manöver auch total versagt. Sondern, dass so ungefähr hinhaut. Das sieht aber ganz gut aus. So, schaffen wir es noch. Schauen wir es noch. Und aus. Ne, was haben wir denn hier verbrannt? Okay, wir haben gecrossfeeded. Ich wollte schon sagen, wie konnte das denn passieren? Aber ich glaube, es ist dieses Problem, ne? Es ist dieses Problem. Was passiert, wenn ich das jetzt tue? Bisschen Schiss davor. Fällt das einfach so ab oder werfe ich den Engine Plate ab? Probieren, oder? Hallo? Was ist das jetzt passiert? Sind wir jetzt free? Nicht so richtig. Hm. Ich muss jetzt mal ganz kurz was probieren. In der Hoffnung, das abbrennen zu können. Da habe ich, glaube ich, irgendwie einen Leakabler vergessen. Irgendwie. Komm schon. Spreng jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Komm schon, overheat ein bisschen schneller. Alter, das kostet ein Sprit. Fuck. Na, komm schon. Warum overheat das nicht unter direkten... Oh, das gibt es nicht. Oh, bitte scheitere nicht daran, dass ich das Ding nicht geoverheatet bekomme. Wow. Also, Leute. Ich kriege... Scheinbar das Ding nicht... Ist ja nicht wahr, oder? Oh, fuck. Machen wir da jetzt Wenn ich das nicht abkriege, ist es ein Totalverlust So Okay, ist ein Versuch wert, weil sonst ist es eh egal Aufgeladen Sprit drin Dann los geht's So, erstmal Strom Okay, ich würde sagen, ich versuche das jetzt mal weg zu Suicide Im wahrsten Sinne des Wortes Ach verdammt ey Das ist ein bisschen ärgerlich Ist doch noch irgendwie der Rest der Mission Wo ist denn die Rest der Mission? Hallo So Jetzt erstmal kurz drauf zufliegen So, einmal kurz die Mission wechseln Du machst bitte genau das Sehr schön Tja, jetzt müssen wir mal schauen Was bedeutet das für uns Was bedeutet das für uns Was bedeutet Wir müssen So, meine momentane Flugrichtung ist diese Richtig 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 So, das heißt, ich will aber Zack So, da bin ich Da fliege ich hin Ich will aber mehr so dahin Wo fliege ich jetzt hin Da fliege ich schon mal ganz gut, oder Ah, fast Ah, fast Okay Nächste Runde Ich brauche eine Markierung irgendwie So, Freunde Jetzt wird's spannend Ich krieg's nicht overheated Und natürlich ist es Treibstoffverlust Weil sich kein Schub entwickelt Wir müssen vielleicht ein bisschen Weniger aggressiv an die Sache rangehen So Ich brauche erstmal eine gute Möglichkeit Das Ziel anzupeilen So Jetzt drehen wir den Karren Auf unser Ziel Und jetzt müssen wir mal versuchen Das Problem ist halt Eine relativ schlechte Zielvorrichtung Nämlich diese Probe zu haben So Wir müssen so gut wie möglich Durch die Probe durchzielen So Das wollen wir zerstören Richtig 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 Ich glaube so ist es ganz gut Ich meine Das Schöne ist Wir können nicht mehr so viel kaputt machen Was nicht Potenziell Ein Verlust wäre Weil so ist die Mission schon Ein total Verlust Was super bitter ist Super super bitter Das Einzige was mir sonst noch einfällt Wäre Wir könnten natürlich sonst noch Bekörbelt Jemanden hinterher schicken Der das abbaut Und dann wieder zurückfliegt Aber erstmal probieren wir jetzt den Den Versuch hier Ich tue so gut aus Ja wir haben was getroffen Bin mir nur noch nicht sicher was Holy shit Aber es ist immer noch ganz Fuck Ah das gibt es nicht Ich glaube es hat vor allen Dingen unsere eigenen Solarpaneele weggerissen Und habe ich da irgendwas kaputt gemacht Solarpanel abgerissen Unbefriedigend Hier das Solarpanel habe ich gekillt Unbefriedigend insgesamt Ich probiere jetzt nochmal Den Haupttank zu treffen Sonst müssen wir jetzt Bekörbelt jemanden hinterher schicken So mal gucken Wohin zielst du Zielst schon relativ gut auf den Tank Ist das der Tank Sind wir uns sicher genug Dass der Tank ist Ja oder Impact hätte ich gesagt Ich habe den Probekorr verloren Das wird nicht gut gehen Und ich sehe da immer noch einen Tank Ich glaube das Ding zerlegt sich jetzt selber Ich habe den Tank aber getroffen Aber der Tank ist Inständig Heil geblieben Maximale Umdrehung And this is how accidents happen So jetzt muss ich nochmal ganz kurz Zeitraffer nehmen Um uns zu heilen Äh wir sind relativ weit weg glaube ich Ja Ich habe einen ganz anderen Kurs gewählt Switch to So jetzt müssen wir mal gucken Der Vomit kommt Sehr schön Okay das war nix Äh Ja bleibt nur Bekürbelter Abfang Aussteigen Zerstören Der Teile der Teile die wir nicht mehr brauchen Zurück fliegen Das wird Das wird hässlich Um es mal so zu formulieren Also den Abfang zu fliegen wird Wirklich hässlich Aber krass wie da einfach nichts dran passiert ist Ne Oh doch das Fairing ist weg Herzlichen Glückwunsch Na super Das Fairing habe ich getroffen Sehr gut Sehr gut Okay Leute Äh Probieren wir Das mit Manpower zu lösen Neu starten Wird finanziell Nicht machbar Glaube ich Wir machen Eine kurze Schnelle Abfangmission So Und vor allen Dingen schnell Ist es getrennt Ne es ist halt nicht getrennt Es hängt an dem An dem An dem Äh Äh Fairing An der Fairing Base Und ähm Die Fairing Base weigert sich zu überhitzen So Also Kleiner Command Port Kleiner Fallschirm Also das muss ganz easy peasy sein Und Kleines Äh Kleines Äh Kleiner Planeten Schild So wir brauchen die Kappler Das Wenn wir was gelernt haben Dann das So und dann hätte ich gesagt Wir brauchen richtig viele Delta V Oder Macht das schon Sinn Bei der Kiste Ähm 2874 Äh Shadow Portal Vielen lieben Dank Fürs Follow Ein bisschen Stromspeicher Zack Zwei Solarpaneele Ja So 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 das sind 4000 Delta V Das müsste eigentlich reichen Um die Typen einzuholen Eigentlich Ione Engine Sehr sehenswert Das auf jeden Fall Ja So Zack Und vielleicht noch irgendwie Für Heap Gedöns Die kleinen Terminal Control Systems Weil ich habe nicht viel Masse der Rakete Über die der Hitze abbauen kann Von daher So Wie gesagt 4600 Passt Gut Äh Gemella Schönen Abend dir Danke fürs Vorbeischauen So und damit wir jetzt hier schnell vorwärts kommen Machen wir Die Newton Stage 2 Auf jeden Fall Hier ran Das sollte relativ flink gehen Das Ding wiegt ja auch nix Mh Delete Fearing Build Fearing So dann können wir das nämlich schön Also was stört dich Äh Automate Cooling Off So Also das da stört dich ne Dein eigener Decoupler Direkt runter Zack Zack Fertig So Äh Das dazu Und dann nehmen wir den Stage 1 Booster Einfach weil wir den schon kennen Weil wir wissen dass wir den ganz gut recoveren können So Mal gucken dass das alles Sauber ist Äh Das wollte ich richtig Überhaupt nicht So Zack Macht das Sinn Macht das Sinn Macht das Sinn Ich hoffe ja Ich hoffe ja So der hat mehr als genug Schub hier unten Der hat da auch genug Schub Blablabla Das passt alles So jetzt müssen wir nur gucken Ich hoffe Ich hoffe ihn ständig Oh wer ist da jetzt drin Ich hab nicht drauf geachtet Wer eingestiegen ist Ich hoffe ein Pilot Spannend 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 Na Schraubendreher Brauche ich nicht Eieieieieieieiei Eieieieieieieieieieiei Gemini Ok Cool Dann Los geht's Äh, 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 wo ist die Rakete? Die ist noch nicht so weit weg, ne? So, aufpassen, dass ich das Richtige nachher anfliege. Okay, wo sind wir? Hier, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, dass wir einmal rumzack. Okay, wir machen erstmal einen ganz normalen Start. Das geht's. Währenddessen werte ich mal den Fail. Er ist ja gegeben worden, vom Mod persönlich. Auch wenn ich das noch nicht aufgegeben habe, akzeptiere ich, was da gesagt worden ist. Das geht's. So, das geht's. So, das geht's. So, wie geht's? So, ich bin sicher. Okay. Die Flügel sind in der Flügel. So, jetzt schauen wir mal. Das Ding hier ist noch am steigen. Das ist okay. Äh, Körbelweiterliste ist, äh, unverändert. Ähm, dafür brauche ich erstmal Kohle, um das, äh, Astronaut Center zu upgraden. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die haben, sobald der Auftrag mit den, mit den Astroiden-Scans durch ist. Ich glaube, was hat er jetzt? 16, 17 von 20 hat er gescannt? Also, wir sind da relativ weit. Aber... So, jetzt müssen wir mal langsam umschalten. Switch 2. Come on. Come on, come on, come on. Los. So, dann fliegen wir noch schnell die Upper Stage fertig. Klinken die Rakete aus. RCS, Nitrograd, Rennen sind schonmal eine. Okay. 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 All right. So, dann stim wir mal kurz. Okay. So, dann to So. So, Retrograd, Höhe sind noch 68. Hier einmal switchen. Oh nein, ich kann nicht mehr switchen, ne? Scheiße. Tja, jetzt haben wir es richtig verkackt, Leute. Jetzt haben wir es richtig verkackt. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich ihn hier... Oh, shitty. Ah, Mann, ey, nein, ne? Das läuft gerade auf sehr vielen Ebenen alles nicht so gut. Ich bin in die Atmosphäre reingeraten und dadurch konnte ich nicht mehr wegschalten. Ja, und zu kurz kommen wir wahrscheinlich auch noch. Glaube ich. Fuck. Die kriege ich nicht mehr gefangen, ne? Ach, Mann, ey. Das ist so super ärgerlich. Ich kann jetzt entweder diesen Booster stumpf aufs Carsick knallen lassen. Aber es waren zwei Kilometer, ne? Zwei Kilometer. Ich war hier auf 68 Kilometer. Es hat fast noch geklappt, das saubere Umschalten. Aber ich bin nicht mehr ganz hingehauen. So, ich versuche jetzt gleich hier... Ah, das werde ich nicht mehr hochgezogen bekommen, glaube ich. Mal gucken. Ich mache jetzt schnell einen sauberen Suicide. Hoffentlich. Mach mich nicht unglücklich. Das ist nur bei deinem Problem, ehrlich. Jo, das hat jetzt noch gefehlt. Jo, dann war es richtig für umsonst. Cool, danke. Ah, Leute, ehrlich. Ehrlich. Es gibt so Tage. Ja, habe ich verstanden. Oh, und umschalten lässt er mich auch nicht, oder? Cool. Ja, wir werden wahrscheinlich sogar noch die andere Mission verlieren. Weil er mich jetzt sperrt. Dadurch, dass das Ding nicht steht. Und über die Tracking Station dort ist viel zu lange. Boah, bin ich gerade angepisst. Boah, ist das gerade eine Kaskade an Fehlern. Und alles nur wegen diesem einen verkackten Dicabla. Das ist alles so beschissen gerade. Ja, und damit verliere ich jetzt auch die EVE-Mission aus der Trajectory raus, dass ich sie noch abfangen kann. Weil die so schnell rausfliegt gerade. Ah, Mann, ey. Wir werden wahrscheinlich schon irgendwie so auf 40 Kilometer sein. 1, 1, 1, 1, 1, 2. Mit viel gutem Willen. Mal gucken. Ja, das krieg ich nicht mehr im Leben. Nicht mehr gefangen. Mal gucken. Ich meine, das ist ein Fallschirm dran. So, jetzt versprengen wir uns ab. Komm, zieh hoch. Das hat halt überhaupt keinen Einfluss, ne? 1,21 ist viel zu lange sein. Jetzt zieht er uns rum. Shit, ey. Fick ist es. Wenigstens Jab retten. D-Wer dreht dich rum. Please. Ja, wir können es jetzt noch mal mit der Hitze probieren. Oh, das war auch eigentlich knapp. Oh, hier geht gerade so richtig alles den Bach runter. So, aber zumindest überlebt Jeb die Nummer, wenn es ein teurer Spaß war. Ich überlege gerade, wie wir noch eventuell was machen können, um diese Mission zu retten. Leuchte mir in der Stadt töten. Nein, nein, nein. Wir landen auf einem Haus. Da kann nichts passieren. Da kann überhaupt nichts passieren. Das ist safe. Außerdem wachsen ja auch Bäume, also die sollen sich mal nicht beschweren. Wer Bäume abkommt, kann auf einer Raketen landen. So, jetzt müssen wir aber mal irgendwie so weit so schlecht. Das machen wir nicht nochmal. Haben wir das? Jetzt müssen wir irgendwie... Wie kriege ich das gelöst an der Mission? Ohne alles komplett kaputt zu machen. Wir können jetzt nochmal probieren, das Ding durchzubrennen. Oder wir arbeiten mit dem Zusatzgewicht einfach. Ich kann natürlich auch einfach sagen, ich akzeptiere das da ist. Das ist ein funktionierendes Triebwerk. Ich crossfede. Das ist alles nicht geil, aber es ist halt Zusatzgewicht, aber es würde zumindest einen Totalausfall verhindern. So, wo sind meine ganzen Trümmer? Da. Da. Ja, gut. Das recovert zumindest ein paar. Ja. Ja, es hilft nichts, oder? Ich meine, wir kriegen es nicht abgetrennt, weil der Fairing Stuff... Ähm... ... ... noch weiter hinterher... ... also das Problem skaliert jetzt relativ hässlich relativ schnell. Nach oben. Passt mal auf, ich zeige euch mal, was ich meine mit dem Go with the Flow. Vielleicht funktioniert das ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, ganz komisches Spiel. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ich weiß es auch nicht. So, okay, also. Haken wir mal ab, was schiefgegangen ist. Das ist jetzt einfach schiefgegangen. Punkt. So. Aber wir haben ja prinzipiell, auch wenn das ein bisschen eigenartig aussieht, dank Gründe... Wir haben ja prinzipiell ein funktionierendes Triebwerk. So, Shutdown Engine. Activate Engine. Aus Gründen, über die wir nicht genauer reden wollen, crossfeedet das auch. So, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Block an Zusatzgewicht. Eventuell ist der aber nicht... ...nicht so schlimm, dass er uns die gesamte Mission kostet. Eventuell versaut uns das den Sample Return oder Ergebnis Return. Es kostet uns halt einiges an Delta V, ne? Aber... Eventuell... Abschönen wird nicht gehen. Die Verbindungen sind relativ stark. Das ist eine 2-5 Meter Verbindung auf eine 2-5 Meter Base, weil das hängt nicht am Triebwerk. Das hängt an der Engine Plate. Ähm... Da wird nichts passieren. Da kann ich... Da bricht mir vorher alles andere auseinander, wenn ich so viel Rotation draufgebe. Das sehe ich nicht. Ne, wir nehmen das jetzt mal mit als gegeben. Weil sonst müsste ich die Mission jetzt als komplett verloren aufgeben und das sehe ich gar nicht ein. Das sehe ich sowas von nicht ein. Sollen wir machen jetzt mal weiter. Also wir haben jetzt hier eine Mission, die ist so mittelgut unterwegs. So, jetzt haben wir in bla 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 relativ bald, 104 Tagen, haben wir ein Zwischenmanöver. Indem wir die Inklination gerade ziehen. Und danach werden wir nochmal gucken, dass wir das hier irgendwie noch zueinander bringen. Aber das ist jetzt mal der erste Schnack, den wir machen müssen. Der erste Part, den es zu erledigen gilt. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Das heißt, hier haben wir, zack, Manöver einplanen. Zack, das haben wir schon mal. Unsere restlichen Sachen sind auf jeden Fall auf einem Niveau, wo wir eine Supply, einen Supply Run Richtung Minmus Station machen müssen. Eventuell auch einfach mal das Personal austauschen. Würde eventuell Sinn machen. Und wir kriegen demnächst wieder Science rein. Das ist eigentlich auch keine ganz schlechte Maßnahme. Vorschlag wäre, wir machen jetzt den Sprung 15 Tage vorwärts in Richtung Entleeren der Kerbin Space Station. Und gucken dann mal, was wir über die Science Punkte uns eventuell Sinnvolles holen können. Und machen die einen Austausch. Schrägstrich, vielleicht kriegen wir auch eine Mission, mit der wir es bezahlen können. Für die Minmus Station. Also, ähm, 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 na? Nicht Refueling, ähm, Essens Versorgungs Mission reinbringen. Also den Kerbils dort Essen bringen. Gegebenenfalls die Kerbils austauschen. Müssen wir mal schauen. Mal gucken, was missionstechnisch so angeboten wird. Dann haben wir danach hoffentlich genug Zeit, uns mit der Eve Mission zu befassen. Mal sehen. Also, lasst uns Zeitraffer anmachen. Um zugucken, wie Kerbin immer kleiner wird. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass es zumindest kein Totalausfall wird. Das wäre doch schon mal viel wert. Das ist der Moon. Der über aus dem Minmus. So, jetzt verlassen wir das Kerbin-System. Eigentlich auch mal ein schöner Anblick gewesen, oder? Unsere Mystery Goo Observations bringen auch immer brav noch ein bisschen Science rein. Nicht so viel, aber... So, Station ist voll. Gut. Dann können wir das Ding jetzt hier... Close. Jump to... Warte mal ganz kurz. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch den hier wieder... Hä? Das ist broken, aber das hier ist noch ganz, oder? Ja. Das wieder ausfahren. So. Gut, Freunde. Also. Wir leben mal damit und gucken, wie es funktioniert. Ich kann grad ganz schlecht sagen, was das Delta-W-mäßig bedeutet, weil das vieles ändert, hier so einen riesen Tank und noch einen Triebwerk dran zu haben. Aber es ist halt besser, als aufzugeben. Deshalb gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Aber das sind alles Sachen, die erst nach dem Staging stattfinden. Tut sich halt schwer, das im Moment irgendwie zu berechnen, weil laut dem Staging ist das ja nicht sein Hauptkern des Schiffes, der übrig bleibt. Alles ein bisschen undurchsichtig im Moment. Ein wenig undurchsichtig. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mal gucken. Die belki little machine colour roll Die EVE-Mission läuft auf jeden Fall nicht ganz so rund, wie die Duna-Mission bisher. So viel kann ich schon mal sagen. championship"! Jetzt holmen wir uns erstmal ein paar leckere Signs-Punkte rein, um mein zerstörtes Nerven-Kostüm wieder in Schuss zu bringen. Hearst, hearst, entant matrix. So, dann haben wir hier die letzten beiden Review-Daten. Das würde sich also eh anbieten, mal ein paar neue Daten mitzubringen. Wenn wir jetzt eh nach Minmus fliegen müssen. Wenn es schief läuft, dann gar nicht richtig. Ja, wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen. Wir haben gerade noch so 300.000 auf dem Konto, meine ich. Knapp, knapp 300.000. Und ich weiß nicht, in welchen Abständen. Das scheint immer sehr zufällig zu sein, wie diese Satelliten-Asteroiden-Scan. Da kommt erst der nächste größere Geldschub. Und ich habe sehr viel Geld auf die EVE-Mission gesetzt. Und das wäre schon gut, wenn wir die abgeschlossen bekommen. Weil wir sind im Moment mit der EVE-Probes-Strategie auch so ein bisschen committed auf die Nummer. Wenn nicht, müssen wir das... Also wenn wir noch einen Anlauf starten müssen, müssen wir den deutlich billiger gestalten als das, was wir jetzt versucht haben. Deutlich. Weil die Kriegskasse nicht mehr ganz so viel hergibt, wie das ursprünglich mal der Fall war. Weil die jetzige EVE-Mission hat ja richtig Kohle gekostet. Das können wir so nicht noch... Also sollten wir sowieso nicht noch mal 1 zu 1 so wiederholen, weil da offensichtlich ein D-Coupler fehlt. Es ist ein verdammter D-Coupler. Richtig ärgerlich. Wegen dem die ganze Mission gerade so halb dem Bach runter geht. Ähm... Aber kannst du machen nix, ne? Kannst du wirklich machen nix. Es ist jetzt halt erstmal so. Das Gute ist, wir haben hinten noch... Ähm... Wir haben hinten noch ein funktionierendes Triebwerk. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es reicht. Ähm... Mit den... Mit den Delta-V. Müssen wir so ein bisschen Pi mal Daumen mal Augenschätzung arbeiten. Und Gurex, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten und schönen guten Abend an Tuet. Mal sehen. Wir werden es sehen, halt schlicht und ergreifend. Also im wirklich worst case ist es jetzt eh... Wann ist das nächste Startfenster nach EVE? Das dauert jetzt eh wieder eine Weile. Gurex nach EVE. Ja. Da müssen wir uns dann eh überlegen, ob das Sinn macht, das noch als unser aktives Ziel zu verfolgen. Ähm... Mal sehen, weil eigentlich war ja der Plan, dass wir vorbereitend auf das hier hinarbeiten, um dann die ersten Blicke Richtung Duna-Kronolisierung zu starten. So, die Wissenschaftsdaten sind raus. Review Data. Jetzt gucken wir mal. Ja, ganz kriegen wir es noch nicht alles rein. Ja, ein bisschen... Ein bisschen was übrig. So, dann haben wir noch eine Füllung. So, äh... Add Alarm. 50 Tage diesmal. So, und wir haben jetzt noch... La, 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 la... 117 Tage. Ach, die stellen Essen her, ne? Die Vögel. Kommt uns ja eigentlich ein Stück weit entgegen. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach sagen, wir arbeiten auf das Ding hin. Unterbrechen wir es oder konzentrieren wir uns erstmal auf die EVE-Mission? Ich glaube, lasst uns mal fokussiert die EVE-Mission erstmal durchmachen. Lasst uns mal mit der EVE-Mission weitermachen. Sehr gut. Und ich gehe trotzdem einmal kontrollieren an der Minnungsstation, ob das hinhaut. Die haben die Möglichkeit, Essen herzustellen, aber... Das wirkt verdächtig viel. Dass die sich von... Ihr habt nicht mehr viel zu... So viel gerettet haben. Äh, Tuett, falls es nicht nur einfach ein Tippfehler mit einem Punkt dazwischen war. Das passiert manchmal, da reagiert der Bot ein bisschen über. Sorry for this. Ähm, dann einfach den Punkt daraus nehmen. Ansonsten, äh, genau. Wenn du einen Link posten willst, einmal ein paar Mitfragen mit einer kurzen Erwähnung an die Mods, was du da posten magst. Ansonsten sind nämlich nur, ähm, Links von clips.twitch.tv erlaubt. Also, wo du Links auf Clips setzen kannst. Alles andere bitte vorher anfragen. Genau. Meistens ist es ein Punkt. Und mir passiert das auch selber leider relativ oft in anderen Channels, weil ich mit meinen dicken Fingern an meinem Handy ganz oft von der Leertaste auf den Punkt abrutsche. Und, äh, dann sagen die meisten Bots, oh, das eine, well, du Schwein, ich wipe mal alles, was du in den letzten drei Stunden geschrieben hast. Yes. Works like a charm. So, jetzt lasst uns einmal kurz gucken, ob das wirklich stimmt, was die da erzählen. Ja, ja, ja. Tuette wie Vuella. Sorry, der Troll musste sein. Töte, alles klar. Ach, ich hoffe, Vuella ist gerade nicht da. Das wird mir sicherlich nicht gut angerechnet. Das wird sicherlich Minuspunkte geben, Leute. Ach ja. Ach ja. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was auf der Station los ist. Ob die wirklich 117 Tage Zeit haben. Weil, wenn die 117 Tage Zeit haben und immer noch brav essen, produzieren, dann sind wir ja erstmal in einem absolut wundervollen Szenario. Sie haben sich gerade auf 158 geeinigt. Nach einem kurzen Sprung auf 190 war es, glaube ich, für einen kurzen Moment. Okay, Supplies, 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 Supplies. Hier ist noch relativ viel drin. Sehr schön. Hier haben wir aber keinen Fertilizer jetzt mehr. Das heißt, hier ist die Produktion auch durch, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Das heißt, wenn wir hinfliegen, dann auf jeden Fall Dünger mitbringen. Und wahrscheinlich mal einen Tank dafür. Das würde auch sehr helfen. So, ihr habt ihr eigentlich... Okay. Das war hier auch dieses ganze Versorgungsproblem, ne? Alles klar. Also, wir haben wirklich 158 Tage Zeit. Dann wäre mein Vorschlag, die auch wirklich zu nutzen. Mit Fokus auf die EVE-Mission. Dann können wir da nämlich nochmal das Korrekturmanöver machen plus das Zwischenmanöver. Das uns dann wirklich in einen EVE-Mission. Hoffentlich Vorbeiflug bringt. Wenn ich das nicht hinbekomme, hat sich das eh alles schon erledigt. Ähm... Und dann können wir uns in Ruhe um Minmus kümmern. Weil ich vermute, dass der Gap bis zum Ankommen auf EVE nicht reichen wird. Also, ich glaube, dann spätestens müssen wir jetzt mal was für die Lebensmittel dort tun. Ähm... Aber bis dorthin können wir noch arbeiten. So, hat auch den schönen Vorteil, wir können uns nochmal... Also, ich habe das nicht vergessen, dass ich Science-Sachen kaufen will. Aber wir können uns noch eine Füllung von der Raumstation catchen. Bevor wir das nächste Mal uns um Minmus kümmern müssen. Das ist eigentlich ganz gut. So. So, wir lassen jetzt mal 50 Tage schnell runtertackern. Gehen wir einmal zur Raumstation, kassieren die Science. Setzen die wieder auf Please Arbeiten. Da kommt wenig rum im Moment, ne? Was die Astroiden so angeht. Dafür, dass wir das gerade 50 Tage durchgetackert sind. Hm. Etwas enttäuscht. Das ist ja hier unser Astroiden-Scanner. Der fröhlich vor sich hin scannt. Eine sehr... Eine sehr langfristige Mission. Ich glaube, wir standen bei 17 oder 18. Irgendwie sowas. Ziemlich kurz vor den 20, die wir scannen sollen. Aber irgendwie kommt im Moment nichts rein. Mal sehen. Mal sehen. Ich vermute, es gibt halt einfach hier im System auch so rumschwirrende Astroiden-Wolken oder irgendwie sowas. Die scheinen ja immer so ein Grüppchen aufzutreten. Wahrscheinlich ist einfach gerade keine im Vorbeiflug, die er messen kann. Wer weiß. Wer weiß, wie exakt das simuliert ist. Aber es fühlt sich so an, als ob es relativ exakt sein könnte, weil so komische Muster entstehen. Scheint nicht wirklich gleichmäßig zu sein. Genau. Das wäre aber echt eine gute Mission, weil wir für die knapp eine Mille kriegen. So. Transmitz 1. Oh, ein kurzer Moment. Geduld mit der Wissenschaftsübertragung. Ja, bei euch hier rum läuft es aber auch richtig gut. Aber Fertilizer ist auch alle, ne? Oh. Ihr habt halt einfach sehr viel mehr Supplies dabei. Stopp. Agroponics und natürlich einen richtig dicken Recycler. Das haben wir natürlich auf der Minbus-Station nicht. Das wird auch irgendwann nochmal Sinn machen, den so einen fetten Recycler anzubauen, damit die da einfach länger durchhalten. Wobei es im Groben und Ganzen ja relativ gut läuft auf der Station. Kann man ja nichts sagen. Also bisher ist es relativ stressfrei. Wichtig wird jetzt die Bodenstation mit dem Tanken. Ach, durch ein Bug bei LMP werden das zu Ihnen nicht löscht. Das ist ja interessant. Das heißt, irgendwo die spawnen, aber er nimmt sie halt nicht wieder raus und irgendwann ist es so langsam, dass sich nichts mehr bewegt, wenn ich das richtig verstehe. Das ist natürlich relativ ärgerlich. Was sagt denn eigentlich unsere Yule Explorer? Ein Jahr, 214 Tage noch. Guck mal, der hatte auch mittlerweile die Drehsumlaufbahn passiert. Das ist auf einem guten Weg, der unsere Yule Mission. Das wird auch noch Spaß, ey. Zwischen diesen ganzen Monden durchmanövrieren. Aber da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, dass wir ja in so eine polare Umlaufbahn um Yule gehen und dann quasi alle Monde hoffentlich mit relativ wenig Delta-V-Aufwand besuchen zu können. Wenn das klappt, das wäre richtig, richtig gut. Dann wird es natürlich noch so ein bisschen spannend, wie wir wie wir den Weg zurück nach Kirbin später finden. Das hat ja auch potenziell auf einer sehr theoretischen Ebene die Möglichkeit eines Sample Returns. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin skeptisch. Also skeptisch vor allen Dingen wegen den Reichweiten. So, gleich haben wir es. Sehr schön, dann noch 37 Tage zu der Mission. 107. Dann sind wir noch bei 70 Tagen nach den Manövern. Ne, in 70 Tagen wird er wahrscheinlich nicht bei Ivan kommen. Das würde mich sehr, sehr wundern. Mal gucken. Mal gucken. Vor allen Dingen, wir brauchen ja auch noch ein paar Tage nach nach Minmus raus. So, die letzten frischen Daten, die wir noch haben. Rein damit. So, und jetzt sind wir bei 701 Data. Das heißt, jetzt sind es schon 51 Tage, bis wir das nächste Mal wieder Daten erhalten. Jetzt können wir mal im Space Center im Space Center einen Blick werfen. Wobei 51 Tage bei 70 übrig. Wäre sogar noch die Überlegung wert, ob wir noch ein Run abwarten, bevor wir uns Richtung Minmus auf den Weg machen und noch die Daten mitnehmen. Lass uns erst mal die EVE-Mission machen. Das können wir uns noch überlegen, weil wir müssten erst in circa 100, also 100 Tagen ungefähr spätestens, müssten wir nach Minmus losfliegen. Da kriegen wir noch einen Run-Lab durch, bis dahin. Lass uns erst mal laufen lassen. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl dann. Fokus sollte da glaube ich auch sein auf Technologie, mit der wir Sachen abbauen können und umwandeln. So. Ja, ich mache mal einen Zeitraffer an. Jetzt geht es ja um die EVE-Mission. Wir können die ein bisschen verfolgen, wenn es langweilig ist. Wo ist sie? Da ist sie. Sehr schön. So. Dann mein Toe. Da fliegt sie ganz geschwind. 18 von 20. Ja, komm schon. Map all the things 19 von 20, 20 von 20, komm schon, komm schon. Ja, wird er nicht mehr glaube ich. Einer fehlt uns noch. Ein blöder Asteroid und wir kriegen richtig viel Asche. Kommt ja aus mit dem Zeitraffer und wir wollen das hier fliegen. Check. Einer fehlt noch. 19 von 20, Leute. 19 von 20 und wir kriegen einen klitzkleinen Geldring. Und das wäre dann quasi so für alle, die gefragt hatten, wegen der Körbel-Warteliste. Das wäre so der Opener, dass ich das Körbel-Rekrutierungszentrum auf unendlich viele Körbels aufbauen kann und dann würde ich mich nämlich mal auf den Arsch setzen und alle eure Körbels durchrekrutieren, damit wir auf dem Stand sind. und ab da jeder von euch mit zur Auswahl steht. Ja. Ja. 399,3 Meter pro Sekunde. Sind wir uns sicher, dass das so viel war? Holy shit, ey. In so einer kleinen Bahnänderung. Das ist ja ekelhaft. Na gut. Da haben wir es auch wirklich, habe ich richtig den, wirklich, wirklich, wirklich den richtigen Dockingport erwischt. Das sieht jetzt natürlich reichlich albern aus, aber Well. Ne, ne Liste, ne Liste gibt's noch nicht dafür und werde ich auch nicht führen. Das hat sich, äh, bei der alten Variante als nicht, äh, haltbar langfristig erwiesen. Ähm, mein Vorschlag wäre auch eher, für die zukünftigen Redeems, ihr gebt einen Körbelnamen an und ich weise den Professionen zu, was ich brauche. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, ähm, weil das auf der alten Liste mit dem, mit dem Fix aussuchen, halt auch dafür gesorgt hat, dass wenn jemand gesagt hat, ich will, was weiß ich, Wissenschaftler auf Drehs werden, dass das halt irgendwie, ja, dann saß man halt und hat sehr viel Billard gespielt im Astronautencenter. Ähm, ohne jemals da hinzukommen. Weil das zieht sich halt doch ein bisschen, ne, und ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen lösen. Dann kann ich immer mal so durchrotieren. Ich nehme mir hier und da mal Körbels raus und, äh, wenn ich merke, dass mir irgendeine Profession wirklich fehlt, dann packe ich die halt einfach mit dazu. So, zack, das ist durch. Sehr schön. Dann haben wir jetzt gleich den Burn und dann werden wir danach mal sehen, wie schlimm es ist. Äh, ich hoffe nicht zu beschissen, ehrlich gesagt. Er wird jetzt halt hier den Sprit rausziehen. Die Dinger sind noch voll, das ist okay. Von euch hat er auch noch nichts gezogen. Das heißt, ich hoffe, ich hoffe, die Dinger hier sind alle sauber auf Crossfeed disabled. Ah, zerrt schon ganz gut den Sprit weg, ne? Okay, er sagt, 900 und ein bisschen auf die Dinger in der Stage. Mal gucken, ob die Prognose stimmt. Aber sie steigt. Ne, das Trust-Vertration noch rutscht. Er sagt 0, weil er es nicht weiß. So, also das waren jetzt 300 und ein bisschen Delta-V. Wir haben uns damit so 1100 auf 800 runtergearbeitet. Okay, das geht alles noch. So, jetzt sind wir hier. Jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir aus dem Disaster da, so, wir sind zumindest inklinationsmäßig safe. Wir sind jetzt bei 283.000 Meter, äh, 283.000 Kilometer Entfernung. Und jetzt wäre natürlich der spannende Part, wie können wir dafür sorgen, dass das ein bisschen angenehmer wird, ne? So. Und zwar so, dass wir einen Encounter bekommen. Please. Nach Möglichkeit, ohne uns dabei zu töten. Das wäre noch so eine schöne Bonus-Stage der ganzen Geschichte. So. Focus View. Jetzt haben wir ja schon mal einen Vorbeiflug. Und den würde ich jetzt gerne noch relativ niedrig planen, damit wir uns auch wieder des Oberöf-Effekts, äh, ein wenig bedienen können. So, was war die Atmosphärenhöhe von dem Ding? Äh, blablabla, blablabla, 90 Kilometer. Also, über 90 Kilometer sollten wir schon bleiben. Und, äh, Quinsi, vielen lieben Dank für den Raid und ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer, oder an euch und eure Zuschauer. Schön, dass ihr vorbeischaut. Und, äh, ja, was gab's bei euch? Ähm, habt ihr auch KSP gespielt oder gab's was anderes heute Abend? Und, äh, schön, dass ihr vorbeischaut. Ähm, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Robert oder auch Wintermancer oder einfach Winter oder Robert, eigentlich nobody cares. Äh, äh, hallo, eBims, ein Streamer, hauptsächlich KSP. Wir sollten alle ehrlich sein, es ist hauptsächlich KSP. Äh, ich mach auch manchmal andere Sachen, aber es ist schon hauptsächlich KSP. 22 Stunden Stream. Leck mich fett. Okay, das heißt, ihr seid also alle schon ziemlich durch. Das ist gut, hier kann man, ich hab gehört, manche Zuschauer behaupten, sagen wir es mal so, manche Zuschauer behaupten, dass man meine Streams ganz hervorragend nutzen kann, um wundervoll beruhigt einzuschlafen. Ich bin bis heute nicht sicher, ob das ein Lob oder ziemlich traurig ist, aber vielleicht hilft es euch nach so einem langen Stream. Vielleicht hilft es euch nach so einem langen Stream. Ja, 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 stetig wechselnde Kosten. Ja gut, dass man, also ich würde auch nicht 22 Stunden KSP spielen, um Himmels Willen. Bei 22 Stunden braucht man, glaube ich, auch die Abwechslung ein Stück weit. So, wir sollten nicht ganz so tief gehen. Also 150 Kilometer wäre schon ganz nett, glaube ich. Zack, so, einfach weil es auch nicht viel ausmacht. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. so, das Ganze passiert in, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, das ist in 8 Minuten, ja gut, das war dumm, das war dumm, diese Frage zu stellen, denn eigentlich wollte ich wissen, wann das hier passiert, in 39 Tagen. Das könnten wir natürlich noch mitnehmen. Hast du auch schon gehört, du nimmst es als Lob. Ich reg mich da auch nicht drüber auf. Es ist okay, es ist okay, wie es ist. So, ähm, ja, lass uns das Manöver erstmal machen und eigentlich können wir das jetzt schon tun. Das ist größtenteils Retrograd. Die paar Minuten machen auf die Entfernung das Brot halt auch nicht fett. Ne. Los geht's. In 39 Tagen wären wir da. Das könnten wir noch, wir gucken uns das gleich mal alles an, aber das könnten wir noch sinnvoll auf die Kette kriegen. Vorher. So. Also wir bremsen uns jetzt an die Sphere of Influence ran und dann hoffentlich in eine sinnvolle, in einen sinnvollen Vorbeiflug runter. Das trifft es erstmal ganz gut. Da kommt er. Dann werden wir mal sehen, wie viel Sprit wir noch haben. Verlieren sind wir mal gleich. So, jetzt schön langsam. Das ist irgendwie ein bisschen anders doch dann das Manöre. Aber jetzt nicht so richtig wild. Gute Nacht, Gute Nacht, Quincy. Schlaf gut. Ich denke, nach 22 Stunden Streamen wird das auch ganz gut funktionieren. Also das mit dem Einschlafen, meine ich. Wir lassen es jetzt einfach auf den 127. Das ist okay. Es ist grob äquatorial. Und wir machen hier. Jetzt kommt der spannende Teil. Was soll es kosten? Richtig teuer. Ich weiß nicht, ob wir das noch... Es ist 8700 Meter pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich es ihm glaube. Also ich denke, wir kriegen uns in den Orbit eingebremst, oder? Wir setzen von 800 auf 400 runter. Und haben knappe 300... Was war denn das? 390. Also sagen wir mal 400 Delta V rausgepackt. Das können wir nochmal machen. Und wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr sein. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein als die 400. Passiert da schon ein Orbit bei so... Ich bin jetzt mal optimistisch. 500 Delta V. Jetzt gucken wir mal. Ungefähr 500 Meter pro Sekunde. Passiert schon ein Orbit. Ich habe für Gilly eine eigene Probe-Expo. Die kann ich dann auch ausklinken. Dann wird die ganze Sache auch ein bisschen leichter. Eventuell... Genau das ist mal die Antwort. Inklusion ist natürlich nicht ganz so gut, aber... Hey. Dass wir erstmal nur bis auf eine Höhe von Gilly gehen und uns dann unserer... unserer Gilly Probe entledigen tatsächlich. Vielleicht auch wirklich nur ein Catch machen. Wir haben ja Zeit. Dann ist es halt noch ein Orbit. Wisst ihr, was ich meine? Das dauert dann halt noch ein Orbit. Aber dann können wir Gewicht abwerfen unterwegs. Nämlich die Gilly Probe. Und der sagen, hier, kümmer dich um dein Kram selber. Dafür hast du Treibstoff. Ich glaube, Sample Return wird es auf keinen Fall. Aber okay, wir bewegen uns irgendwo zwischen 200 und ein bisschen und wir werden es dann einfach anhand des Tanks entscheiden, wie weit wir uns runterbrennen. Aber hochelliptisch können wir erstmal bleiben tatsächlich. Weil dann können wir diese Probe hier vorne, das ist nämlich Gilly, erstmal schon mal absetzen und machen lassen. Die kleinen Probes auch schon mal im Orbit um... um EVE platzieren, um so ein erstes kleines Reday-Netzwerk zu haben und uns dann mit den Probes platzieren. Wird schon. Das wird schon. Okay. Jetzt aber der wichtige Part in 39 Tagen. Zack. 39 Tage. Zack. Und was sagt jetzt die Uhr hier? Die Uhr hier sagt 69 Tage. Das heißt, wir hätten noch 30 Tage Zeit. Lass uns das tun. Wir wollten ja heute ein bisschen Progress machen an EVE. Dann machen wir jetzt auch mal Progress an EVE. So. In 15 Tagen geht es nochmal zur Raumstation. Ne, in 13 Tagen geht es nochmal zur Raumstation. Nochmal ein bisschen Wissenschaft abgreifen und vielleicht Sentinel... Sentinels have finished Mapping Suitable Asteroids. Das heißt, wir haben richtig Kohle kassiert, Freunde. Ich bin gleich mal richtig gespannt. Lass uns kurz aus dem Time-Op rausgehen. Yes, yes, yes. Wir freuen uns alle sehr. 920k. 33 Wissenschaftspunkte. 57 Reputation. Holy shit, bin ich froh, dass das vorbei ist. So. Dann können wir hier schon mal hinspringen. So, 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 so. Sehr schön. Das bringt uns erst mal wieder über die Mille. Dann können wir nämlich nachher, wenn wir das nächste Mal im Space Center sind, nicht nur Wissenschaftssachen zusammensuchen, sondern auch direkt mal den Astronaut Complex upgraden. Und es holt uns so ein bisschen aus der, aus der Nähe des Ruins raus. Es ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Hopefully. Okay. So, das Science Lab wird jetzt, das wird noch eine ganze Zeit laufen, bevor das wirklich leer ist. Aber es wird halt jetzt zunehmend länger dauern. Zunehmend länger dauern auf jeden Fall. Genau, aber wir sind ganz gut unterwegs, glaube ich. Also, auch die ganzen Wissenschaftspunkte ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir haben dann jetzt knapp 1500 plus ein bisschen. Also, dann jetzt gleich 1800, fast 1900 Punkte. Da können wir mal schauen. Wir dürfen jetzt in der 550-Punkte-Kategorie bildern. Das heißt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir so 2200 Punkte zusammenbekommen würden vor dem nächsten Minmus-Flug. Obwohl, eigentlich weiß ich nicht, ob es für den Minmus-Flug entscheidend ist, aber das wären dann vier Technologie-Parts. Ich denke, wir werden jetzt erst mal nur drei freischalten können. Da sollten wir uns halt mal angucken, was in der 550-Punkte-Kategorie jetzt wirklich sinnvoll ist. Oder ob es zum Beispiel unten, ich meine mich zu erinnern, wir hatten, boah, ich glaube, in der 1000, waren es 1000, war es schon teurer, ich glaube, es war die 1000-Punkte-Kategorie, ich hoffe, es war die 1000-Punkte-Kategorie, relativ viel so Basebuilding-Stuff mit drin. Ich glaube, es ist aber jetzt noch nicht wichtig, weil wenn ich gucke, wir haben noch 400 Tage Zeit bis zum nächsten Duna-Zeitfenster. Und wichtig wäre es, dass wir bis dahin, also bevor wir uns dahin bewegen, auf jeden Fall das Eve-Probes-Thema abschließen. Damit wir, damit wir da auch wirklich Kohle für bekommen, weil im Moment ist ja unser ganzes Achievement-Zeugs, wir haben glaube ich 400% Bonus auf alles, was mit Eve zu tun hat und 80 oder 90% Abzug auf alles andere. jetzt den ersten bekörbelten Orbit, um Duna im Klo runterzuspülen, finanziell, wäre halt richtig traurig. Wäre wirklich richtig traurig. So, Leute, gleich haben wir es. Ich bin gespannt, wo diese Eve-Probe Delta-V-mäßig noch hin kann. Es dürfte nicht so schlecht sein. Wie gesagt, je mehr Treibstoff wir rausbrennen, umso besser wird's. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da noch 600 bis 700 Delta-V eventuell drin sind in der Haupt-Probe. Was wir auf jeden Fall abschreiben können, jetzt schon, ist das ganze Thema Sample Return. Das wird nicht funktionieren. das heißt, wir können alle Daten wirklich zurückfunken. Also, ich sehe zumindest nicht, wie es funktionieren sollte. Wir können ja mal schauen, wie es entwickelt, aber ich sehe es nicht. So, jetzt hier frisch. In 60 Tagen gibt es dann noch mal Wissenschaftspunkte. Und wir stehen bei 1891. Lasst uns da hinspringen. So, dann worpen wir jetzt hier zum nächsten Manöver, machen unsere Bremsung in den EVE-Orbit. Und das sollte dann ganz gut Pünktchen bringen hier und da. Und wir haben einiges an Wissenschaftsexperimenten abzuarbeiten. Wir müssten eigentlich über To Boldly Go auch relativ viele Sachen bekommen können. Letzten Endes sind es zwei Himmelskörper, also EVE und Gilly, die wir beide noch nicht besucht haben. Das sollte finanziell einen Schlag geben. Jetzt schauen wir mal. So, Time Warp here we come. Und gleichzeitig EVE here we come. So, das sollte schon mal ein erster Bonus der Milestone sein. First Flyby of EVE sehr schön. Wollen wir jetzt noch mal ganz kurz gucken, ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob es irgendwelche Aufträge noch gibt für EVE oder Gilly, die wir sinnvoll kassieren können. Now is the time. Also, wenn wir das jetzt noch hinbekommen, das wäre ganz cool. Und X-Dead, ich glaube, falls du noch da bist, ich glaube, ich habe dein Follow vorhin verpasst. Vielen Dank fürs Follow. Du bist wahrscheinlich mit Equinsie zusammen reingerauscht und dann habe ich das glatt in der ganzen Aufregung übersehen. Vielen lieben Dank dafür und ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten. Falls du nicht mehr da bist, trotzdem. So. Missionen. Also, aktiv haben wir auf jeden Fall noch EVE Probes. Hoppla. Na komm. Sei nicht so zu mir. Okay, will er gerade mich angucken lassen. Irgendwie findet er sich gerade ein bisschen schlecht. Blablabla, 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 launch all the things. Launchzeit, Moon, Kerbin, Minmos, Kerbin, Duna Ejector, Kerbin, Moon, Minmos, viele Touristenmissionen. Schade. Okay. Eke, ne, ist nichts mit dabei. Na gut. Okay, also, vielleicht, vielleicht ist da die Gier auch einfach zu groß. Müssen wir womit leben, das es exakt die Kohle gibt, die wir jetzt halt dafür bekommen. Nämlich das EVE Probes Programm und damit Ende der Liste. mehr Geld wollen sie uns nicht geben. Verdammt. Ich glaube, es ist genug Kohle. Ich glaube, es ist genug. Zumal wir jetzt bald mit den Gebäudeausbausachen relativ weit fortgeschritten sind. Da ist so viel teures Zeug nicht mehr übrig. Und danach häuft sich das Geld ja etwas mehr. Also dann können wir die teureren Projekte angehen. Ich glaube, die Duna-Besiedlung wird richtig teuer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die richtig teuer wird. Und ich überlege noch, ob wir dafür das Duna-Programm tatsächlich aktivieren. Weil es sind so viele Ein Redeem. ein 1-leckerer Körbel. Aber auf die Warteliste. Aber wie gesagt, die Warteliste ist heute in greifbare Ferne gerückt. Dadurch, dass er jetzt endlich mit dem Scan dieser blöden Astruiden fertig ist. Jetzt haben wir hier Kohle. Contract-Slot-Maschinen. Ich glaube noch nicht. Aber es wäre eine Erwägung. Ich habe aktiv im Moment Massive-Scale-Launches to boldly go. Jeweils auf 3. und das EVE-Programm. Mehr habe ich im Moment nicht. Ich glaube, mehr kann man im Prinzip auch nicht. So, jetzt können wir aber hier schon mal gucken. Eigentlich ist doch jetzt schon mal so der Punkt, um den ersten hochwissenschaftlichen Blick zu werfen. Oder? Oh ja. Oh, sowas von ja. los geht's, würde ich sagen. Boop, boop. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Strom sieht gut aus, oder? wir haben auch 10.000 Einheiten. Das passt. Dann können wir hier schon mal die erste Observation. Nein! Dieser tolle Moisture-Sensor hat sich mal wieder dazu aufgeschwungen unser Transfergerät zu sein. So, äh, Disable Signs Transmission. Und fahr dich gerne so lange doch wieder ein, wie würde ich noch gar nicht brauchen eigentlich. Thank you. Thank you for traveling mit Winterraumfahrzeuge. So, äh, kannst du was sagen? can't be done right now. Aber Gou Bay kriegen wir schon mal hin. So, und den können wir auch direkt raus senden. Das ist halt einfach ... ... ... Es ist schade, aber wir werden den nicht zurückbringen. Jetzt geht der da an. Was ist denn falsch mit euch? Da sind haufenweise Relay-Antennen. Meine Güte. Was ist denn los? So, Mystery-Gou. Check. Zack, zack, zack. Solar Particles. Nee, Imaging Data. Okay. Ah, Freunde, so viel Wissenschaft. Meckes, was hast du heute verpasst? Eine überaus erfolgreiche EVE-Mission. Wir sind so gut, es ist quasi nichts schiefgegangen. Es läuft halt einfach von vorne bis hinten. Ähm. Ja, also eigentlich ... Eigentlich hast du alles verpasst. Alles schon durch. Ist auch, aber auf der anderen Seite hast du auch nichts Spannendes verpasst. Es ist nichts schiefgegangen. Alles perfekt. Nee, mir würde da jetzt auch nichts schlimmes einfallen. Vielleicht gab es ein, zwei kleine Refriktionen. Vielleicht. Hier und dort. Eventuell. Also bei anderen jetzt, nicht bei mir. Nee, ähm ... Tatsächlich zusammengefasst ist hier hinten fehlten die Kappler. Ich, äh, hab, äh ... Wir hätten beinahe die EVE-Mission verloren. Fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Äh, zum Thema Friktionen. Das war nicht so gut. Nicht so richtig gut. Aber wir haben es überlebt. Und ich glaube, oder ich bin jetzt im Moment erstmal zuversichtlich, dass wir zumindest den Orbit-Eintritt und damit die, ich sag mal, Vorbereitung ... Das ist natürlich sehr wenig für den Transfer. Ähm ... Und damit die Vorbereitung auf die Landung ganz gut hinbekommen. Wie gut die Länder dann funktionieren, das werden wir noch sehen. Anderes Thema. Ich würde aber heute gerne noch probieren, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen, tatsächlich, den ersten Lander abzusetzen. Einfach, weil es mich persönlich auch sehr interessiert. So, die kleinen Scanner können schon mal draußen bleiben. Äh, Open Bay Doors. Äh, bla bla bla. Gravity Scan, Material Study. Magnetometer Scan, okay. Observe Materials Bay. Okay, raus damit. Zack. Das ist unterwegs. So, und jetzt haben wir noch hier irgendwo ... Magnetometer sind ja hier mit drin. Irgendwo. Vielleicht kann man da eins rausdeployen, ohne uns umzubringen. Ja, das sieht ja nicht so schlecht aus. Bei dem ganzen Glück heute spricht nichts gegen eine Landung. Das sehe ich auch so. So, wo ist jetzt hier mein Seismic-O-Meter? Irgendwo habe ich das. Wahrscheinlich habe ich das oben drin. Nee, Gravity Scan, Entschuldigung. Gravity Scan, der ist bestimmt hier mit drin. In Camera. Kenn mich doch. Gravitations-Scan. Ha. Ah, das war falsch. Ich glaube, der hier ist es. Gravity Data, jawohl. Oh, 60 Mitz. Der ist eine Weile braun zum übertragen. World First Milestone, you've gave it the first scientific data from EVE. Uh, uh, uh. Because I'm awesome. So, äh, Gravity Scan überträgt noch. Check. So, damit sollten wir das erstmal haben. Gut, dann bringen wir uns jetzt in den niedrigen Orbit. Also, nein, wir bringen uns jetzt erstmal überhaupt in den Orbit. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Und dann haben wir nach dem Bremsmanöver eventuell noch Zeit für etwas, Für etwas, äh, Wissenschafts, äh, Datenerhebung im niedrigen EVE-Orbit. So, wir haben noch 35 Minuten bis dahin. Okay, cool. Sind wir denn richtig rum ausgerichtet? Wo ist EVE? Sollte der hier nicht irgendwo sein? Wo ist denn die Sonne? Wahrscheinlich hinter EVE. Deshalb ist es ja auch so, Ah, da. Deshalb ist es ja auch so fürchterlich dunkel. So, wir wollen immer noch von hier steuern. Thank you. Zack. Wusste ich doch, dass da irgendwas faul ist. So, das wird spannend, glaube ich. Das wird wirklich spannend, wie viel wir hier fueltechnisch noch ausgequetscht bekommen. Ein bisschen im Auge behalten. So, 35 Minuten noch. Ich denke... Äh... Hast du keinen Text eingeben müssen? Ich hatte eigentlich, glaube ich, ein Häkchen gesetzt, dass du einen Namen für den Körbel eingeben musst. Ich hatte gehofft, das sehe ich dann irgendwo. Aber du kannst es mir gerne im Discord schreiben, ja. Ich hätte gehofft... Ich habe aber jetzt das Redeem-Ding hier bei Twitch noch nicht so oft benutzt. Deshalb maybe. Aber da fängt es. Ähm, jetzt muss ich nur jetzt mal... Ja, also schicken wir es gerne im Discord, ansonsten gucken wir es nochmal an. Jetzt muss ich nur nochmal schauen, ab wann wir in einen niedrigen EVE-Überflug eingehen. Zack. Das hier mal auf. Space high. Hupf. So, das machen wir mal zu. Ich bin nämlich hier. Gravity Scan gibt es hier mehrmals, oder was? Echt jetzt? Okay. Ich glaube, wir können mit den Gravity Scans richtig Kohle schaufeln. Ich habe nicht so das Gefühl. Ach, krass. Der Gravity Scan... Da hätte ich dir mal anlassen können. Der Gravity Scan ist biom-sensitiv aus High Over. Aber das ist natürlich hammergut. Hammer, hammergut. Das bringt uns natürlich richtig... Kohle. Jedes Mal 50.000. Oh. Und natürlich auch den ein oder anderen Wissenschaftspunkt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, gerade mein Gelddruckinstrument gefunden. Okay, Leute. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt überfordert bin mit all den Dingen, die ich tun muss. Aber... Ein bisschen überfordert bin ich. Drei Minuten noch. Ich versuche mal so viel wie möglich einzukassieren. An Dingen, die man tun kann. Observe Mr. Gu. Yes, please. Was jetzt passiert? Yes, transmit. Was Schlimmes passiert oder so? Nein. Okay. Please, Solmoschidator. Please, Radioplasma-Fingis. Wieso 50.000 pro Übertragung? Das ist... To Boldly Go nennt sich diese Strategie. Die gibt mir auf Level 3 für jedes Biom, von dem ich Daten übertrage, in dem ich noch nicht wahr, einen finanziellen Bonus von 50.000 pro Übertragung, von 50.000 pro Übertragung. Von 50.000 pro Übertragung. Genau. Und, äh... Da wir im Moment sehr viele Biome überfliegen, ich kassiere jetzt einfach, wie gesagt, schon mal so viel wie möglich ein. Mmh... 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 Zack. Pressure Data, zack. So ein paar Sachen sind ja zum Glück auch nicht biomempfindlich, die müssten sich gleich erledigt haben. Ich suche gerade ein bisschen verzweifelt mein... Hä? Was ist denn, ach da, mein Methodist-Study-Ding? Jupp. So, dann sind die Sachen nämlich schon mal durch. Äh, genauso wie das Mystery-Goon. Mmh, das war nicht das Mystery-Goon. So, jetzt muss man noch mal gucken. Äh, blablabla, blablabla, Bilderplattform, Bilderplattform, ich weiß, dass es dich hier irgendwo gibt, da. Log Imaging Data. Wie viel habe ich noch? Start Burning 52, okay. So. Gleich müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren. Mmh... Gamma-Ray-Experiment hatte ich hier auch vorhin irgendwo gesehen. Wollte ich machen, hat er mich nicht machen lassen. Jetzt können wir es machen. Scan Gamma-Rays. Feuer frei. So. Eieiei. So, jetzt konzentrieren wir uns erstmal kurz auf in den Orbit eintreten. Dann haben wir nochmal ein bisschen Zeit, die restlichen Experimente zu machen. Also Leute, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch... Ein bisschen Sprit im Tank. Wir haben 297 Meter pro Sekunde, die wir abarbeiten müssen, bevor wir... Also damit wir auf jeden Fall in einem Orbit sind. Ab da können wir dann mit den Unterprobes arbeiten, weil ab da ist eigentlich die große Probe primär noch dafür da, als Relay. Also wirklich als... Ja... Oh, was ist denn los? Achso, weil wir gerade mit dem Astroiden-Scanner-Relay. Na gut, warum auch immer. Ähm... Genau. Ähm... Dann ist es wirklich hauptsächlich ein Relay. Und jetzt schauen wir mal, dass wir erstmal den Orbit schaffen, weil die einzelnen Probes sind eigentlich alle ganz gut dafür ausgestattet. Ihren Kram auf die Kette zu kriegen. Ich denke, finanziell noch nicht ganz. Noch nicht ganz, dass sie sich gerechnet hat. Wir müssen ja knapp eine Mille abziehen. Ich glaube, wir sind mit 8.000 oder 900.000 gestartet. Aber ich glaube... Also wenn wir jetzt mal sagen, wir weisen den Wissenschaftsdaten noch einen gewissen Wert zu, dann hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. So. Ich würde sagen, so kann man es erstmal lassen. Jetzt wäre halt die Frage... Also ich würde jetzt, glaube ich, mal gucken, dass wir alles machen, was das Ding hier kann. Und das dann ausklinken. Genau, diesen lustigen Gravity-Scan nochmal. Aber eigentlich kann er das auch selber tun, ganz ehrlich. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ihn hier loswerden. Und dann haben wir nämlich gleich ein bisschen mehr Delta V für uns zur Verfügung. Weil der kann sich ab hier selber um seine Reise nach Gilly kümmern. Und dann könnten wir noch weiter runter bremsen, sinnvoll. Da wir jetzt nicht Sample-Returnen müssen, ist es nämlich halt auch einfach pibi-egal, ob das Ding hier nochmal zurückkommt oder nicht. Wir können es einfach per Funk relayen. Das heißt, wir andocken jetzt diese Probe. Funk ist raus, Strom ist raus, check. So, das Ding sollte eigentlich ganz gut arbeiten können. So, es translated auch einfach mal stumpf weg, warum auch immer. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. So. Achso, ich bin mit der Kamera noch hier drauf. Alles gut. Endkamera. So. Ähm. Entschuldigung, gerade. Zack, konnte das Ding nicht irgendwie weg-translaten noch ein bisschen aggressiver, because of... Ich hab da winzige... Ja, hab ich. So, aus dem Weg. Jetzt können wir den Sprit hier nämlich nutzen. Ähm. Um noch ein bisschen mehr zu bremsen. So, wie sieht's denn aus? Please, please, please. Nicht ganz so schlimm. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil dann dauert der Turn einfach nicht ganz so lange. Okay. So. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Die andere Kiste kümmern wir uns später. Seht ihr da hinten Jol? Ich glaube, das ist Jol. Das könnte Jol sein. So. Jetzt haben wir nämlich hier nicht mehr eine ganz so hohe Umlaufzeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir hier oben nachher, ähm, ein bisschen den... den... Upp. den Orbit anpassen. Und jetzt erstmal beginnen, unser Satelliten-Netzwerk aufzubauen. Die Kappen. Zack. Und rüberschalten. So, du bist safe, oder? Ja. Orbit retrograd. Extend panel. Extend panel. Und dann können wir hier nämlich schon mal sagen... Ab in einen niedrigeren Orbit mit dir. Oh, nicht so gut. Hoppla. So. Oh, das funktioniert aber gar nicht gut. So, dann gucken wir nämlich mal, dass wir die so in 150 Kilometer Orbits absetzen. Nach und nach. So, und das ist dann... der... E4L1. Zack. So, das sind halt nur sehr kleine Relay-Antennen. Die können jetzt nichts dolles, aber, ähm, die Dinger sollten reichen. Sub-Orbit to Spaceflight haben wir auch gleich noch mitgenommen, weil ich mich mit dem hier ein bisschen vertan habe. So, sehr schön. Nächste... Nächster Satellit. Ja, ich glaube, ich glaube, ich hatte das damals schon gesagt, als KSP 2 angekündigt worden ist, ähm... dass wir, glaube ich, alle ein bisschen aufpassen müssen, uns jetzt nicht zu sehr in einen wirklich krassen Hype reinzufahren. Ähm... Ich sehe es folgendermaßen, wir haben KSP 1, das ist ein super tolles Spiel, man kann mit Mods echt viel erreichen. Und ich bin sehr gespannt auf KSP 2. Und, äh... Dass bei Release ein Spiel heutzutage richtig, 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 richtig gut im Sinne von perfekt gut, super geil, monster-mäßig ist, ähm... Habe ich lange nicht mehr gesehen. Deshalb wäre meine Erwartungshaltung, ehrlich gesagt, auch gar nicht an KSP 2, dass es das beste Spiel aller Zeiten direkt sein wird. Ähm... Ich würde eher erwarten, dass es hoffentlich ein gutes Spiel wird, mit ein paar interessanten neuen Möglichkeiten, ähm... Auf Basis dessen, was KSP... bisher auch schon so kann, also KSP 1, und, äh... dann mit der Zeit erweitert wird. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, sie haben sich echt viel vorgenommen, ähm... Aber ich würde da jetzt echt... den Ball einfach mal flach halten und warten, was passiert. Ich glaube, das trifft's ganz gut. So... Theoretisch müssten wir eigentlich so... ...in einen halbwegs vernünftigen Orbit eintreten können. Huch, warum dreht sich denn so? Kleines Satellit. So, die müssen wir jetzt gleich ein bisschen verteilen noch, die Relays, aber... Ich denke, das passiert so ein bisschen von alleine nach und nach. Informate 2. Wie gesagt, Ziel, natürlich da dann einfach jetzt bei den Landungen eine etwas bessere Abdeckung zu haben, als wir das bei... bei Duna hatten. Mal sehen. Mal sehen. Wollen wir erstmal eine Runde rum. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde rum, bevor ich die nächsten Relays aussetze. Oh, Duna, vielen lieben Dank für 10 Euro Spende ans Haus der kleinen Forscher. Dankeschön. Da werden die sich sicherlich sehr freuen. Und Rakete, Laden, danke, cool. So, ich glaube, tatsächlich, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Runde. So, weil der braucht eh eine Weile länger, um da raus zu fliegen. Den können wir uns gleich anschauen. Was wir damit machen, der muss sich dann eh an Gilly angleichen. das kann er sehr weit draußen tun. Guck mal, wir sind jetzt hier schon mal auf der anderen Seite des großen Glücks. Und können jetzt hier auch noch Satelliten aussetzen. Sehr schön. So, ich glaube, damit können wir schon mal einen guten Rahmen schaffen, was das angeht. Orbit retro. So, und ich glaube, der muss jetzt eher so fliegen, damit er sein... zieh dich auf irgendwas... Ja. So. Das dritte Relay. Ich glaube, wir können dann auch noch mal mit den Relays gucken, tatsächlich, ob wir die nicht auf einer 200 Kilometer Umlaufbahn parken. Alter, Alter, die fressen ganz schön Sprit bei der Bremse. Na gut, zeigt Yves, ne? So. Jetzt gehen wir noch mal aufs vierte Relay rüber. Wird die Rakete als Weltraumschrott enden nach der Mission? Ne, die wird als Relay auf jeden Fall enden. Also, das Gute ist ja, ich habe ein leistungsfähiges Relay, was ich jetzt im EVE-Orbit habe. Ich glaube, der Sprit wird nicht mehr reichen, um zurückzukommen. Aber ich glaube, wir können das nutzen, um einfach einen weiteren Relay-Satelliten draus zu machen. Da sind vier große Relay-Antennen dran. Das Ding hat eine funktionierende Stromerzeugung. Das werde ich hier lassen, weil, je mehr Stellen im Solar-System wir solche Sachen haben, umso stabiler ist unser gesamtes Funk-Netzwerk. Und das kann uns langfristig nur helfen. mal so. Deshalb sehe ich das. Ach ja, einen hatte ich ja geopfert, ich vollidiot. Das habe ich schon vergessen. So. Jetzt ist die große Frage, was machen wir hier? Ja, mit. Oh Gott, ich hoffe, die Dinger gehen sauber ab. Das wäre auch nochmal bitter, wenn die Landedinger nicht abgehen. Aber die sehen eigentlich sauber aus. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach erstmal, die Dinger auszusetzen und an ihren Strom zu hängen. Die haben ja so Notfall-Solar-Paneele mit dabei, meine ich. Ja, haben sie. So, und sie haben eine Dings, also von daher kann hier eigentlich nichts passieren. Von daher raus mit der Fließfliege weg. Gott sei Dank. Das wäre richtig finster gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. So, das heißt, wir setzen die jetzt mal als Schwarm aus. Schwupp. So, ihr seid hiermit befähigt, Sonne zu tanken. So, zack. Du bist strommäßig stabil, du hast da Antenne für 500 Kilometer Reichweite, bla bla bla. So, nächster. Weil, je mehr wir jetzt von denen schon mal abkoppeln können, äh, wie viel, wie viel Delta V hatte der? 3.000, 3.000, ne, im Leben nicht. 917 glaube ich ihm schon eher. Das ist aber okayisch genug, glaube ich, um zu deorbiten. Ist das okayisch genug, um zu deorbiten? Das ist eine gute Frage, ne? Wollen wir es erst mal testen mit einem, ne? Ich glaube, wir testen es erst mal mit einem. Eigentlich kann uns noch nichts passieren mit der Kiste, oder? So, Toggle Info, Altitude, also wir würden gerne auf spätestens 5000 Metern Predeploy machen, Full Deploy nachher auf 1400 oder so, eigentlich kann er auch später, Close Arm, so, jetzt bin ich mal richtig gespannt, weil die Dinger sind jetzt wirklich passiv, zack, so, zack, Activate Engine, jetzt, jetzt schauen wir mal, wir probieren es einfach mal, wir probieren jetzt einfach mal dieses Ding hier zu deorbiten, da kommt noch mal ein Relay, das heißt, wir sind gut abgedeckt, ich bin gespannt, Fallschirm ist scharf, los geht's, ich mein, was soll passieren, was soll passieren, so, Bremse raus, das Ding hier zu, was, was ist offen bei dir, das, also, das, 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 sei dir, gebraucht, so, haben wir genug Batterie, ja, von Abstieg und Ablaufbatterie, wir haben genug, um zu deorbiten, auf jeden Fall, und zwar auch relativ flink, okay, gut, jetzt deorbiten wir, da hinten irgendwo, bla 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 bla, bla 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 bla, was können wir alles noch vorbereiten, also, das Ding kann weg, damit wir unseren, heat shield bekommen, äh, die, so, das haben wir, ich hoffe, das reicht, ich bin richtig gespannt, ob diese Probes funktionieren, weil die sind ja nun natürlich, wie soll ich mal sagen, sehr, sehr, sehr einfach und stumpf gedacht, so, die Probe wird, relativ exakt auf der anderen Seite, des Orbits runterkommen, das heißt, ich muss sie jetzt Prograde stellen, um ihr dann, die richtige Richtung ungefähr zu geben, falls, ich mach das jetzt nur jetzt schon, falls ich da gerade keine Kontrolle habe, so, Bremse ist draußen, Fallschirm ist scharf, du, eigentlich, ne, ich kann halt jetzt nicht viel machen, außerdem, und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal, einfach, weil es mich interessiert, und dann wissen wir vielleicht, ein paar Lektionen, für die nächste Probe, genau, das ist eine One-Way-Probe, und die hat keine, die hat keine Landebeine, jetzt bin ich mal gespannt, also, sie hat noch, ein Relay, noch hat sie, noch hat sie, so, jetzt können wir nochmal gucken, also, wir sind relativ gut ausgerichtet, und wir können ja einfach sagen, lasst doch das SRS an, wir wollen ja retrograd sein, ne, jetzt bin ich richtig gespannt, Leute, richtig gespannt, ob sie, ob sie verglüht oder nicht, bei der Nummer, äh, ja, ich meine, wir müssen drei Dinger landen, auf drei verschiedenen Biomen, schade ist ein bisschen, dass wir natürlich, die Nachtseite erwischt haben, das ist ein bisschen unangenehm, aber, ist egal, wir haben jetzt mal genug Batteriespeicher, die Batterie ist auch nicht ganz unten, das heißt, erstmal schlägt der Schild auf, dann, das Reaction Wheel, dann die Batterie, mal gucken, ob mein, hm, ist es sehr green, warum ist es plötzlich, grün, grafik bug, jole, bin ich falsch abgebogen, oh shit, das wird heiß, oh shit, oh shit, oh shit, der Plächer, das fängt, okay, das sind die, das sind die Bremsen, aber krass, es zerlegt uns trotzdem Hitzeschild, es zerlegt uns trotzdem Hitzeschild, dann wird es schwierig, ich glaube, dann kriege ich keine Probe gelandet, aus der Konstellation, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, weil ich wüsste nicht, wie ich die vorher so stark abbremsen soll, das ist ja interessant, also was mich schockt dabei ist, dass das Teil hinter dem Hitzeschild zerstört wird, ich glaube nicht, dass ich so viel, so viel Sprit zur Verfügung habe, aber tatsächlich, es sind viel zu steil, das Problem ist eigentlich, dass gerade flache, also erstens Descent und zweitens gerade flache Descents eigentlich gefährlicher sind, also jetzt wird mir mal interessieren, was mit ihm hier passiert, eigentlich sind die flachen Descents sehr viel gefährlicher, und Airbrakes später ausklappen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, also ich glaube, dass ich die Airbrakes später nicht mehr ausfahren kann, aufgrund von, mal gucken, vielleicht zählt das ja als Probe gelandet, aufgrund des Plasma-Blackouts, mal sehen, Warum sind die flachen Re-Entries, ein flacher Re-Entry baut letztlich viel mehr Hitzeenergie auf, genau, größere Max-Hitze, aber du bist sehr viel schneller durch, und ich bin mir nicht sicher, ob der flache Descent, also ob unsere Hitzeschilde von, von der Menge Ablater, den flachen Descent tatsächlich überleben, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich bin mir wirklich nicht sicher, so, jetzt schauen wir mal, das Ding wird so hart aufschlagen, dass da nichts übrig bleibt, aber ich bin gespannt, ob es, manchmal reicht es dem Spiel ja, um, um es als Landung gelten zu lassen, also, wir sind in den Explodium Seas, aber ich vermute, dass er das anders meint, mit der Landung, nicht gewertet, okay, okay, erste Testprobe, lief nicht so gut, waren es nur noch drei, okay, also, das heißt, wir müssen unseren Resttreibstoff in der Hauptprobe nutzen, um auf jeden Fall aus einem tieferen Orbit zu stecken, zu starten, weil der Sprit in den Landeprobes, so wie es jetzt ist, nicht ausreicht, um komplett runterzubremsen, also, einen flachen Descent zu machen, und wir jegliche Energie, die wir haben, also, die wir irgendwie vorher rausnehmen können, müssen wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie rauszunehmen, okay, aber dafür hatten wir die Testprobe, jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine, wirklich runterbekommen, ja, schönes Konzept, insgesamt, noch nicht so erfolgreich wie wünscht, wie viel Delta V hast du noch für den Reentry, die Probes haben so circa 900 Delta V, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Delta V ich auf der, auf der Hauptprobe habe, einfach weil da die Anzeige völlig verrückt spielt, dadurch, dass ich diese anderen Probes seitlich dran habe, ich würde aber denken, mit dem abgekoppelten Gewicht jetzt, schwierig, würde es sein, paar hundert, aber wir haben halt auch viel Orbit noch runterzubremsen, aber ich würde halt gucken, dass ich jetzt hier auf der Periopsis, es ist halt nicht mehr viel, ich habe noch 70 Einheiten Sprit, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich bin mir nicht sicher, kann grob hin und muss nicht, und dann haben wir hier jeweils nochmal 900, damit können wir es natürlich versuchen, so flach wie möglich zu gestalten, lasst uns erst mal, lasst uns erst mal, nee, lasst uns nicht, lasst uns nicht erst mal, wir worpen mal hier hin, haben wir noch genug Zeit, ja, warp hier, ja, wir werden jetzt mal einen flachen Entry probieren, also ich will sie nicht steil reinwerfen, ich muss nur gerade gucken, wie flach kann ich es organisieren, und wie flach eben nicht, so, weil ich halt auch, ein Delta-B-Budget habe, mit dem ich arbeiten muss, zack, und das ist nun mal nicht unbegrenzt, leider, aber wir können probieren, hier aus der Trägerplattform, so viel, oder in so niedrigen Orbit wie möglich, nochmal rauszukratzen, dann können wir mit den 900 Delta-V, die wir sonst noch zur Verfügung haben, gucken, dass wir das Beste draus machen, ich formuliere es jetzt erst mal so, wir werden dann sehen, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es dann funktioniert, aber schauen wir mal, das Problem ist jetzt natürlich so ein bisschen, mit sehr flachen Descents kann ich sehr wenig bestimmen, wo ich lande, dann wird es halt ein bisschen Glückssache, ob ich drei Biome treffe, das ist halt zur Erfüllung meines Auftrags irgendwie, leider so ein bisschen nötig, aber ja, schauen wir mal, erster Schritt ist jetzt erstmal, wir bremsen uns mit der Kiste hier nochmal ein Stück weit runter, soweit es eben geht, so, das wird so unser letzter Kraftakt, bevor Feierabend ist, das war's, so, das war's, und das ist das, was bei rausgekommen ist, so, dann können wir jetzt hier nochmal gucken, dass wir mit dem nächsten Club machen, probieren, relativ schnell noch, den Rest runterzubrennen, mal gespannt, das stimmt halt leider nicht, ne, das hier ist halt einfach völlig falsch, ich weiß auch nicht, wo er das hernimmt, also wir können damit ein bisschen flacher arbeiten, aber, der Hammer wird's halt nicht, so, Krieger, vielen lieben Dank für deinen Wieshub im 18. Monat, und vielen lieben Dank auch an Mikas für den drückenden Monat, wir strugglen hier gerade ein bisschen, an E-Ferum, so, Extend Panel, ich mach hier mal alles soweit fertig, wir müssen noch eine Runde rum, ich würd gern noch die 268 Delta V nutzen, um noch unseren Eintrittswinkel weiter abzuflachen, weil das ist mir jetzt gerade noch, also ich hab's mit Absicht jetzt gerade ganz knapp über der Atmosphäre gelassen, Hoffnung wäre, dass wir gleich ein gutes Relay haben, und damit nochmal jetzt probieren, flach an die Nummer ranzugehen, so, sprich, erstmal hier hinwarpen, und gucken was passiert, ne, Stille, das Triebwerk, ja, die kleinen Triebwerke sind fürchterlich laut, und die haben auch eine ganz hässliche Frequenz irgendwie, so, jetzt gucken wir mal, ob eine der kleineren Relayprobes uns schon gemälig gesündet ist, nicht wirklich, ne, gerade, will er gerade nicht, so, dann können wir aber eine der Relayprobes mal gleich ein bisschen einbremsen, er hat hier jetzt wieder ein Relay, meh, man, was ist hier das Problem, mal gucken, wie treffen die denn hier aufeinander, so, okay, dann machen wir hier, das Relay jetzt, ein bisschen, flacher nochmal, dass wir jetzt beginnen, die nach und nach ein bisschen auf ne, auf ne Perlenkette aufzureihen, wir brauchen dann gleich noch den großen Relay, der uns da hilft, die müssen sie jetzt alle mal irgendwie finden, aber, werden wir schon noch hinkriegen, einmal sauber vorbereiten, damit wir es nicht verbocken, die eine Landung, die jetzt als nächstes kommt, weil wenn wir die versaut haben, dann, äh, sind wir schon mal so weit, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, ja, das wird heute nichts mehr, weil wir brauchen ja drei, reißt uns das Feuer ab, wie lange hat der noch, Moment, geht schon noch, ne, ja, verdammt, ich bin spät dran, muss jetzt nur aufpassen, dass der nicht, außer Kontrolle gerät, ich mach jetzt mal lieber aus, weil sonst läuft mein Triebwerk weiter, das wäre sehr unangenehm, wenn das passieren sollte, told you so, okay, jetzt lassen wir hier mal den, den großen, den großen Probe-Zirkus weiterfahren, so, das ist, meine ich, meine Landeprobe, so, das ist die, das 3 Relay, so, jetzt müssten die hoffentlich, gleich in eine halbwegs gute Verteilung reinkommen, so, der übernimmt jetzt das Signal hier hin, hier hin, hier hin, ich glaube, so kann das jetzt potenziell, mal gucken, ich weiß nicht, ich glaube, es reicht noch nicht ganz, für eine gute Signalabdeckung, aber, mal sehen, wenn ich, wenn ich mich sicher genug fühle, über die Horizonte hinweg, dann, dann probieren wir das jetzt mal, aber, ich bin noch nicht sicher, ob es reicht, um das runterzubremsen, meine ich damit, habe ich gesagt, ich würde schon gern so, so flach wie möglich, an die Sache rangehen, aber eben auch nicht, irgendwie unkontrolliert, so, im Moment haben wir Empfang, das ist gut, jetzt mal die Frage, reicht der bis hier rüber, kommt er hier schnell genug, über den Horizont, ne, überhaupt nicht, schade, wir verlieren ihn noch, am Horizont, ne, ist alles gut, ist okay, jetzt im nächsten Orbit, müssten wir sie kriegen, also, müssten wir ein sauberes Relay kriegen, weil der kommt jetzt, über den Horizont drüber, ah, jetzt kommt er aber, ganz schön schnell rum, ne, shit, ich glaube, ich verliere ihn, als Relay vorher, müssen wir gleich noch, wirklich sortieren, und er wird noch nicht, so weit sein, zu dem Zeitpunkt, ne, ja, 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 so, 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 Okay, jetzt aber, wenn jetzt nicht der Hauptsatellit irgendwie sein Relay verliert, dann, wo ist, wo ist das KSC? Ah, da hinten. Ganz, ganz gefährlich, ne? Ist egal, wir probieren das jetzt schnell mal. Okay. 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 So, mit dem Restsprit würde ich jetzt nämlich gucken, dass wir an der Apoapsis dafür sorgen, dass wir eintauchen in die Atmosphäre. Das wäre jetzt so der Plan. Relate relativ gut, ne? Ununterbrochen. Wundert mich etwas, aber woher auch immer er das Signal nimmt, ist konsequent, was das angeht. So. So, jetzt machen wir Shallow Re-Entry. Okay. Also, Fallschirm ist scharf. Wir müssen dann noch den Probe Core auf Retrograd Surface einstellen. Vorher auf jeden Fall. Sonst wird es gefährlich. Er hat jetzt halt auch gar kein Relay gerade da, ne? Obwohl, er könnte funktionieren. Er könnte ihm das Leben ermöglichen. Okay, wir müssen jetzt... Lasst es uns probieren. Wir werden es sehen. Wir müssen es nicht overingenieren. Wir probieren es jetzt einfach aus. So. Das bringt uns flach rein. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal auf 80 Kilometer runter und hoffen das Beste. Aber wir könnten ein bisschen mehr als 80 Kilometer gehen, ne? Aber wir belassen es dabei. So. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist oder nicht. Vielleicht noch so. Ne. Das ist genau die andere Richtung, oder? So, wie können wir denn jetzt... Warte mal, wenn ich hier... Wenn ich hier nach unten brenne, drücke ich es drüben hoch, oder? Auch nicht. Whatever. So. Lasst es uns probieren. Also, wir sind jetzt hier. Wir müssen... Wir müssen so rum starten, falls wir keine Kontrolle haben. Weil wir genau auf der anderen Seite sind. Zack. Wir nehmen Strom rein. Zack. Primary Base zu. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Air Breaks draußen haben will oder drinnen haben will. Eigentlich sind sie zum Stabilisieren gedacht. Geben natürlich aber auch ein bisschen Hitze rein. Aber wir sind nicht obendran krepiert, ne? Wir sind an unten krepiert. Wir sind hier an dem Hitzedurchschlag draufgegangen. Ah, schwierig, schwierig. So, Fallschirm ist scharf. Die 30 Delta V machen es nur noch gefährlicher. Okay. So, falls wir Empfang bekommen, dann drehen wir das Ding nochmal auf Retrograde Surface. Das wird sich ein bisschen entscheiden. Das könnte funktionieren. Ich glaube nicht, dass der relayen kann. Die werden sich verblenden. Das heißt, wir fliegen quasi blind. Aber es ist nicht so wild. Es wird so sein, wie es sein soll. Was jetzt natürlich nicht gut ist, dass wir SRS drin haben, ne? Ach, du Scheiße. Ich hoffe, dass er sich nicht dagegen wehren kann. Das SRS ist kacke. Dadurch kann er sich nicht gerade ziehen. Ne, 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 das wird schief gehen. Ich glaube, das SRS kann sich stark genug wehren. Ich glaube, dass das SRS uns umbringt. Okay, vielleicht kommen wir sogar durch im Moment, weil wir noch sauber rausgehen. Er zieht sich jetzt halt so langsam rein, ne? Noch sind wir zu schnell. Sind wir zu schnell, um reinzufallen. Ah, wir kriegen ganz gut Hitze schon drauf unten. Krass ist, wie sehr das SRS... Ah, der Inline-Stabilizer frisst die Hitze nicht gut. Das hätte nicht so sein sollen. Ich glaube, das wird generell ein Problem werden, weil dessen Hitzetoleranz ist nicht hoch genug, um das abzukönnen. Und wir kriegen jetzt schon so krasse Hitzeffekte, ne? Obwohl... Obwohl ein Heechi dazwischen ist. Und hier seht ihr den Effekt, den ich meine. Dass ich nicht glaube, dass unser Ablator ausreichen wird. Aber unser Ablator hat auch nicht den Effekt, den er eigentlich haben soll. Nämlich diese Hitze wegzuhalten. Aus irgendeinem Grund gibt er es weiter. Also ich glaube nicht, dass die Props funktionieren werden, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich nicht... ...dass sie funktionieren werden, weil aus irgendeinem Grund sich die Hitze zu stark hinter das Hitzeschild überträgt. Sehr viel stärker, als es hätte sollen. So, zack. Wir haben wieder Empfang, von was auch immer. Ach so, Air Relate da lang, okay. Okay, wir kommen nochmal raus. So, wir sind gleich wieder aus der Atmosphäre raus. Jetzt kann der ganze Kram erstmal kurz runterkühlen. Ich glaube nicht, dass der Decent funktioniert. Wenn ich mal gucke, wir haben jetzt fast das halbe Hitzeschild aufgeraucht. Das reicht nicht. Das reicht auf gar keinen Fall. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber... Ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich glaube es wirklich nicht in dem Fall. Scheiße, ist das SRS dann noch auf Retrograd eingestellt? Übernimmt er das, wenn der Funk abreißt? Das ist eine gute Frage, ne? Also, wir müssen... Ja, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen drauf vertrauen, dass es so ist. Aber wir sind schon wieder in der Atmosphäre drin. Ja, okay. Wir werden sehen, ob er es langfristig übernimmt. Aber das frisst uns das Hitzeschild weg. Ist das Reaction Wheel gescaled? Ne, ist es nicht. Tatsächlich ist alles exakt diese Größe. Ich überlege, ob ich jetzt die... die Airbrakes rausnehme, um... Hitze unten wegzuziehen. Um schneller, langsamer zu werden. Ja, das hilft nix, ne? Das ist... Selbststabilisierend. Und wir geben ihm jetzt noch ein bisschen Spin mit. Das funktioniert nicht so gut, wie ich es mir gedacht hätte. Wir probieren jetzt mal was. In der Hoffnung, dass... er sich über den Spin halbwegs stabilisiert und die Hitze gut genug verteilt. Wir gucken, wir gucken. Wir kriegen eh gleich ein Plasma Blackout. Bin ich mir ziemlich sicher. Eieieiei, was ein Drama, ey. Was für ein Drama. Das Problem ist, dass das Ding hier halt mittig ist. Das wird kaum Kühleffekt kriegen. Okay, also wir kommen jetzt auf jeden Fall unweigerlich nicht mehr aus der Atmosphäre raus. Schauen wir mal. Er taumelt auch sehr stark, muss ich sagen. Ich versuche ihn jetzt mal kurz einzubremsen und Retrograde auszurichten nochmal. Zack. Jetzt geben wir ihm nochmal Spin mit. Ich hoffe ja, dass mit zunehmend dichter Atmosphäre diese Stabilisierung ein bisschen besser wird, weil eigentlich sollte er nicht so ins Rotieren kommen. Weil wir haben hinten Drag. Wir haben vorne relativ viel Gewicht über den Hitzeschild. Er trudelt sehr stark. Das Problem ist die Antenne, denke ich. Die Antenne wird das Trudeln bringen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass die dass die Atmosphäre ihn stark genug stabilisiert. Ja, Spiel. Kurzer Moment der Überlegung, wie wir das darstellen wollen. Okay. Das Problem ist halt dieses Teil tatsächlich. Das ist so. Jetzt geht's los. Auf welcher Höhe wird's ernst? Vorhin ist er uns, glaube ich, auf 66 Kilometer zerbrochen. Ich weiß nicht, wann's jetzt ernst wird. Mal gucken, ob wir überhaupt so weit runterkommen tatsächlich. Ja, der kommt nicht sauber rein. Aber wie gesagt, ich hoffe, es zieht sich gerade, ehrlich gesagt. Und jetzt probieren wir's mal so, dass vielleicht beide miteinander arbeiten. Also, ich arbeite zusammen mit dem SRS. Also, wir gehen jetzt gleich, deshalb muss ich's ausmachen, wir gehen jetzt gleich in den Plasma-Blackout. Ah, das ist, wir sind viel zu schnell. Und wenn ich so gucke, was noch auf dem Heat-Shield drauf ist. Jetzt ist das Plasma-Blackout. Also ab jetzt. Und gleich zerhaut's uns oben die, die Airbrakes. Sobald eine Airbrake stirbt, wird der halt komplett instabil werden. So ist es im Moment eigentlich ganz okay. Das Problem ist, dass das Trudeln langsamer wird. Dadurch werden gleich die Airbrakes sterben. Und das wird ihn auseinanderreißen. Aber auch wieder 66 Kilometer. Also, wir sind ein bisschen tiefer gekommen, aber es reicht nicht zum Überleben, glaube ich. Kriegen wir nicht. So, Airbrakes sind gleich durch. Dann werden wir sehen. Sehen, beten und hoffen. Oh, die eine Airbrake killt uns jetzt gerade richtig. Die bringt uns so beschissene Rotationen rein. Ja, jetzt ist alles vorbei. Oh, heilige. Oh, heilige Feierabend. Oh, oh, oh. Das war auch der Fallschirm übrigens. Also, falls noch jemand hofft. Airbrakes kann ich nicht reinnehmen, Ingus. Kannst noch so oft schreiben, dass ich reinnehmen soll, wenn... Wenn Plasma Blackout ist, Plasma Blackout. Sieht fast so aus, als ob der Rest eventuell durchkommen könnte. Ne, das explodiert noch, oder? Ja. Das Problem ist, er stabilisiert sich nicht sauber über das Hitzeschild. Und auch das Hitzeschild reicht nicht aus. Also, wir kriegen, glaube ich, keinen von denen darunter. Ich hätte... Hätte, hätte, hätte. Ich hätte, glaube ich... Ja, mit was muss ich arbeiten? Das ist die große Frage. Ich brauche mehr Gewicht unten und ich brauche sehr viel stärkere Hitzeschilde. Wahrscheinlich hätte ich mit den großen Hitzeschilden arbeiten müssen. Da wäre wieder so ein bisschen das Problem des Dracks, glaube ich, auf mich zugekommen. Ja, die Aufblasbaren-Schilde ist halt wieder... Also, erstens werden die Probes sehr, sehr viel größer. Und das zweite Ding, was halt passiert... ...ist, dass die Teile halt unheimlich viel Drag erzeugen. Und zwar an der Seite der Rakete, die vorne bleiben soll. Das heißt, du brauchst hinter dem aufblasbaren Hitzschild... ...sehr, sehr viel Gewicht... ...damit der nicht flippt und quasi eher ein Fallschirm wird. Und Damon... ...die Airbreaks rein vor dem Plasma-Blackout hätten auch nichts geändert, tatsächlich. Am Ende gestorben ist er nicht durch die fehlende Ausrichtung, glaube ich. Also, wir können das gleich nochmal mit einem anderen probieren. Aber das Problem ist einfach, dass ich die... Ich kriege die Hitze... Ich kriege die Hitze aus der Probe... Ich kriege die Hitze aus der Probe nicht raus. Also, was ist mir zerlegt in letzter Instanz... Also, jetzt ist sie gekippt. Aber das Problem ist halt... ...die Probe an sich... Aber lasst es uns einfach nochmal probieren. Wir können jetzt viel diskutieren. Lasst es uns nochmal probieren. Ich glaube, die bleibt nicht stabil. Was ist die hier? Ne, das sind alles nur Probes. Das ist... Ach so, ja. Ach, shitty. Ich bin ja noch in der Atmosphäre unterwegs. Lasst es uns nochmal probieren. Also, wir können ja jetzt die Probes halt nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Das ist ja immerhin was wert. Wir werden so oder so ab diesem Punkt jetzt das E-Probes-Programm nicht erfüllen... Also, nicht mit diesem Anflug erfüllen können. Weil wir ja drei unterschiedliche Biome mit einer Probe anfliegen müssen. Ja, Damien... Also, er ist diesmal geplatzt, weil er gekippt ist. Das ist richtig. Aber ich unterstelle, wenn er nicht kippt, geht die Hitze durch den... Durch den... Durch das Reaction Wheel zu hoch und zerreißt da. Aber das können wir jetzt gleich nochmal probieren. Ich bin mir ziemlich sicher... ...dass es nicht an den Airbrakes gescheitert ist. Aber lasst es uns einfach gleich probieren. Wir haben ja noch ein paar Probes. Wie gesagt, um Erfahrungen zu sammeln. Wie wir da am besten durchkommen. Irgendwo ist gerade ein Fallschirm aufgegangen. Sehr gut. Also, mein Fallschirm hat funktioniert. Nur halt nicht mit der Probe. Aber vielleicht... Vielleicht... Hängt da der Propcore noch dran. Ah, leider nicht. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht zählt das. Ich glaube nicht, dass es zählt. Tatsächlich. So, die Sachen werden alle einschlagen mit zu hoher Geschwindigkeit. Aber das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Das wird ungefähr 300 Jahre dauern, bis der unten ankommt. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir uns das geben wollen. Das tickt jetzt im Zeitraffer 1 Meter pro Sekunde ungefähr runter. Und ich glaube, das wird noch langsamer, je tiefer wir kommen. Und wenn ich das mal kurz aufsummiere, ist das ungefähr eine halbe Stunde. Das... Das haben wir nicht. Ehrlich nicht. Wohin fällst du eigentlich? Geht mir... Ihr fallt tatsächlich. Naja. Lass uns mal... Zum Tracking Station gehen. Ja, das... Das Triebwerk fürs Erste dranlassen. Na gut, Triebwerk und Tank könnte man tatsächlich erstmal dranlassen. Ähm... Es verzögert das Problem eventuell ein Stück weit, ja. Lass es uns probieren. Lass es uns probieren. Wir haben ja noch... Wir haben ja noch zwei Testprobes quasi. Vielleicht... Vielleicht bringen wir ja eine runter. Vielleicht bringen wir ja eine runter, weil wir was lernen. Das ist ja... Hat sich ja trotz allem finanziell und science-mäßig... War es ja nicht umsonst, was wir gemacht haben bisher. Also von daher ist es... Läuft nicht so gut wie die Duna-Mission. Aber... Ähm... Es ist jetzt auch kein kompletter Schlag ins Wasser im Moment. Nein, das ist nicht, was ich will. Ich will... Ah... Geht da nicht nochmal hin. Ich glaube, ich will das. Ich glaube, das ist... Meine Mission. So. Lass uns das aber in aller Ruhe angucken. Und mal sehen, was... Was noch zu holen ist. Wir probieren jetzt nochmal. Ich finde es aber auch ganz gut, dass es... Ähm... Wir wissen jetzt schon, dass die Mission zwar nicht mehr zu halten ist. Aber trotzdem jetzt mal... Ähm... Dran zu arbeiten und zu gucken, wie bringen wir eventuell eine dieser Propes durch die Atmosphäre durch. Wir haben ja immerhin vier Anläufe. Ähm... Naja, die Antenne ist tatsächlich das Problem beim Rollen. Aber ohne die Antenne ist halt auch schlecht. Ohne die Antenne ist richtig schlecht. Ja... Beim Rollen ist sie halt wegen der Antenne leider instabil. Ähm... Also... Ach so, Rollen dahin... Ja, weiß ich gar nicht. Ja... Von Biom zu Biom möchte ich aber ehrlich gesagt nicht damit rollen. Aber das Rollen in der Luft ist tatsächlich auch wegen der Antenne, glaube ich, instabil. Weil sie halt eine gewisse Unwucht reinbringt. Ähm... Die ist nur klein, aber bei der Geschwindigkeit der Drehung fällt es halt trotzdem auf. Ne? Das kommt halt so ein bisschen ins... Ins Rumschwingen. So, jetzt gehen wir erst mal... Jetzt gehen wir erst mal... ...zu Periopsis und setzen da die nächste Probe aus. Und dann gucken wir mal. Hätte ich gesagt. So, hier ist ein guter Punkt. Wir haben kein gutes Netz, aber... Dank des Astroiden-Scanners ist nicht alles schlecht. So... Die Kappel... Zack... Orbit Retrograd... Zack... Schub auf Null... Zack... Active Engine... Jawoll... Deploy Primal Base... Also, auch hier machen wir das jetzt wieder so, dass wir gleich... Schon mal anfangen zu bremsen, glaube ich. Ähm... Und uns nah an die Atmosphäre ranbringen und dann halt... Irgendwie entzufliegen. Ne? Fallschirmhöhe scheint okay zu sein. Haha. So... So... Genau, Ziel ist eigentlich ein Orbitalis-Bombardement. Wir machen uns bei den Bewohnern von Eve unbeliebt. Das war eigentlich der Trick hinter der ganzen Geschichte. So... Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen näher an die Pirapses noch ran. Um etwas... Zielgenauer... Um mein Pulver hier verschießen zu können. So, ich glaube hier ist ganz gut. Hooray! Das könnte natürlich auch das Problem sein, ne? Dass das vielleicht die Hitze überträgt. Ja, das ist ja dann weg gewesen. Aber das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, mal gucken. Die ganze... Das ist natürlich schlecht. Das gäbe hier rüber, ne? Ich hoffe, es überträgt keine Hitze rein. Und jetzt würde ich drüben auf der anderen Seite, also auf der Apro-Apsis, halt tun, was möglich ist, um uns aus der Nummer raus zu bewegen. Also in die Atmosphäre rein zu bewegen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Bin ich mal gespannt. Eigentlich müssten wir doch SRS Retrograd auf Surface gestellt machen, oder? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Also ich meine mit SRS Surface Retrograde oder frisst uns das auf? So. Retrack Panel. Retrack Primal Base. So. Das heißt die große Frage. Surface Retrograde, oder? Hm. Let's go. Wir werden sehen. Falsch ist scharf. Falsch ist sowas von scharf. Okay. Let's do it. Surface Retrograde scheint zu funktionieren. Und ich habe auch irgendwie Empfang. Also von daher ist es irgendwie auch okay. Okay. So. Leute. Ich würde sagen, ich bremse jetzt nochmal, um den Sprit zu nutzen. So viel wie möglich nochmal zu tun. Und das war es jetzt auch, um uns abzubremsen. Das hat uns bestimmt nochmal drei Delta V oder so gebracht. Drei Meter pro Sekunde. Die will langsamer in die Atmosphäre eintreten. Hooray! So. Tja. Ich würde tatsächlich jetzt auf die Rotation verzichten, weil es hat uns in Schwingung gebracht. Also wir haben oszilliert in der Rotation und haben dadurch letzten Endes nachher den Spin gemacht. Ich würde jetzt tatsächlich eher darauf vertrauen, dass der Probe Core uns retrograd sauber im Wind hält. Quasi. Damit wir sicher sind, dass wir immer sauber hinter dem Hitzeschild liegen. Wir haben einen flacheren Einstiegswinkel oder Eintrittswinkel. Wir haben noch genug Ablater, der sich auch jetzt schon verbraucht, was ganz faszinierend ist, weil da noch ein Triebwerk dran hängt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie hier die Hitzeentwicklung so insgesamt ist. Auf jeden Fall ist es noch nicht beim SRS angekommen. Das ist ja schon mal viel wert, also beim Ratchet-Control-System. Jetzt schauen wir mal. Wir sind aber auch erst bei 80 Kilometer Höhe. Und leider bremsen wir noch nicht. Wir werden noch schneller. Mal sehen. Guten Abend, Mirrelix. Schön, dass du da bist. Und Opa Lenzke, vielen Dank fürs Follow. Das habe ich irgendwo in den letzten 31 Minuten übersehen, glaube ich. Ob meiner, meines Drohnen-Forschungsprogramms. Vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen natürlich. So. Schauen wir mal, was diese Probe so sagt. Also wir gewinnen auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das ist schon mal gut. Jetzt die Frage, wann zerlegt es das Ding? Und witzig, dass so ein bisschen Ablater schon weggeht. Wie overpowert die Triebwerke in Caspi sind? Sie haben auf jeden Fall eine hohe Hitzetoleranz. Und das ist ja prinzipiell nicht komplett falsch. Weil so ein Triebwerk muss ja eine gewisse Hitze abkönnen. Was mich hier besorgt, ist, dass das Triebwerk ja auch nicht den kompletten Boden abdeckt, sondern der Tank vor allen Dingen auch viel frisst. Mal sehen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Mal sehen. Aber es scheint, wie gesagt, erstmal, zumindest auf den ersten Metern, die Hitze ganz gut wegzuhalten. Und wir liegen relativ stabil im Airstream drin. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ob wir nochmal rauskommen. Im Moment nähern wir uns der Piratesis. So, jetzt kriegen wir langsam Überhitzungserscheinungen. Aber wir werden nicht viel tiefer als diese 77 Kilometer gehen. Von daher glaube ich, dass wir hier nochmal durchgezaubert kommen, diese Runde. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir nochmal weit genug aufsteigen tatsächlich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. 130 Kilometer ist nicht mehr so hoch. Also nicht mehr so weit über den 90 Kilometer Atmosphäre. Oder ob wir jetzt einfach auf der oberen Atmosphäre langskimmen die ganze Zeit. Mal den hier. Das wäre nämlich fast so meine Vermutung, dass wir letzten Endes nicht mehr... Ja, hier sieht man es auch schon ein bisschen. Exit Atmosphäre kriegt er nicht mehr hin. Ah, die Air Breaks rausmachen ist super gefährlich gerade, weil die AP geht auf gar keinen Fall mehr aus der Atmosphäre. Und an irgendeinem Punkt kann es mir passieren, dass ich einen Plasma-Blackout kriege. Und dann habe ich wirklich gar keine Kontrolle mehr. Und wir hatten gesagt, wir nehmen für diesen Versuch jetzt mal die Air Breaks rein. Deshalb würde ich sie jetzt drinnen lassen, weil... Ja, ich glaube, das könnte Sinn machen, jetzt kurz ein bisschen was mit den Air Breaks runterzuziehen. Ich kann mich halt nicht drauf verlassen, sie wieder reinnehmen zu können. Und dann war der ganze Probelauf ein bisschen für den Arsch. So, also wir bleiben in der Atmosphäre. Alles klar, ab jetzt geht's... Es geht noch ein bisschen aufwärts. Also wir steigen nochmal leicht, aber wir steigen schon nicht mehr aus der Atmosphäre raus. Das heißt, ab jetzt bluten wir schon mal Geschwindigkeit raus. Und das alles noch auf Kosten von sehr wenig Ablater, weil unser Ablater hinter dem Tank liegt. Was schlecht ist, ist, dass der Rest der Rakete beginnt Hitze aufzunehmen. Also sie beginnt durch die Rakete zu kriechen. Also das ist jetzt dieser Effekt der längeren Kurve thermischer Last. Also die thermische Last ist jetzt nicht mehr so punktuell so hoch. Wir verteilen sie über einen sehr viel längeren Zeitraum. Aber über diesen längeren Zeitraum nimmt das gesamte Ding, weil die Hitze halt durchkriecht durch die Teile, sehr, sehr viel mehr Hitze auf. Das ist Eve mit Scatterer und Enhanced Visual Environments und allem drum und dran. Dann sieht Eve so aus, weil er eine ziemlich dichte Atmosphäre hat. Genau, das ist aber der normale Planet Eve. Von den Werten her, er ist einfach ein bisschen aufgehübscht durch mein Modset. Genau, so. Eve ist sowas von Stock. Ja, aber er sieht Stock nicht genau so aus. Das stimmt schon. Also von daher völlig berechtigte Frage. Scatterer macht so diese ganzen Atmosphäre-Effekte. Das Leuchten sieht man gar nicht heute so gut, ne? Leuchtet gar nicht so gut. Aber wir sind auch nicht mehr über dem Planeten. Wir sind auch auf der Sonnenseite. Von daher, maybe. Ja, René, fühl dich eingeladen. Es ist das HKK-Quadrat-Seqen-File. Mit dem kannst du dir da die Sachen, du kannst ja auch einfach die Sachen rauspicken. Also Scatterer and Enhanced Visual Environments oder Stock Visual... Wie heißt das andere? Stock Visual Enhancements ist das andere, glaube ich. Also SVE. Das sind so die Grafik-Mods, die man nutzen kann. Also andere beiden sind Kerbel Chaos Duo und Real Solar System. Das sind zwei andere Szenarien, die ich ab und zu mal spiele. Wobei RSS im Moment nicht so viel. Muss man dir fern, deshalb auch sagen. Kerbel Chaos Duo spiele ich zusammen mit einem anderen Streamer. Das ist eher ein bisschen, wie soll ich sagen, stocknah gehalten. Bei Kerbel Chaos Duo. Während hier auch viele andere Bauteile drin sind. So, wir kippen jetzt ins Sinken rein. Wir haben ganz gut Geschwindigkeit rausgeblutet. Jetzt gucken wir mal. Also wir kommen mit 3130 Metern pro Sekunde. Ab wann kriegt man Plasma Blackout? Sobald du halt diese Plasma-Effekte auch bekommst. Also dass du heiß durch die Atmosphäre gehst. Beim Wiedereintritt um Raumfahrzeug bildet sich ja an gewissem Punkt ein Plasma-Feuer um das Raumschiff. Ein Plasma ist halt auch stark aufgeladen. Und das entsteht dadurch, dass an einer gewissen Stelle, also so eine Kapsel schiebt halt eine Druckwelle vor sich hier. Kannst dir ein bisschen wie eine Schallwelle vorstellen. Und ab einem gewissen Punkt kann die Luft nicht mehr schnell genug zur Seite verschwinden, dass sie so stark verdichtet wird, dass sie quasi so viel Hitze entwickelt, dass sie in einen Plasmazustand übergeht. Das ist sogar so schnell, dass das Plasma nicht direkt an dem Hitzeschild stattfindet, sondern dazwischen ein bisschen Platz bleibt einfach, weil die Luft davor so schnell zusammengedrückt wird. Sodass zum Beispiel ein Großteil der Hitze, die ein Hitzeschild abbekommt, eigentlich Infrarotstrahlung ist, weil diese Plasma-Wand quasi vor der Kapsel weggeschoben wird. So, schauen wir mal. Genau, Mods werden im Game-Data abgelegt. Das CCAN-File ist eine Datei für das Tool CCAN, mit dem du dir da behilflich sein kannst, um das zu tun. Im Moment, sieht es noch ganz gut aus. Oh, gleich wird es dunkel. Alles gut, da ist es nicht so warm. Das wird es sicherlich reißen. Genau. Genau, also den Plasma-Blackout, das ist halt diese paar Minuten, während der Wiedereintritt, während das Raumfahrzeug eben in das Plasma gehüllt ist. Und das ist eben stark aufgeladen und schirmt dadurch Radiobellen ab. Das ist nicht so gut mit Funk in dem Moment. Was für Probes natürlich kacke ist. Weil, also gut, im normalen Leben sind diese Computer natürlich programmiert. Hier geht so. Auch dafür gibt es Mods, habe ich allerdings nicht installiert. Und ich glaube, wir würden uns sehr im Programmieren verlieren, wenn ich das tun würde. Genau, René. Ansonsten, wenn du mit Mods installieren, oder wie installiere ich diese CCAN-Files? So, jetzt gibt es langsam nicht zu Effekte. Probleme hast, komm einfach mal auf dem Discord vorbei. Da sind ganz viele Leute, die können dir diese Fragen beantworten. Auch außerhalb des Streams. Und auch generell irgendwelche Fragen zu KSP. Immer gerne auf dem Discord vorbeikommen. Natürlich auch alle von euch, die nicht René heißen. Wenn ihr mal irgendwie Unterstützung braucht. Ist ein netter Haufen. Und viele, viele KSP-Spieler. Viele davon auch Erfahrungen mit Modding und solchen Geschichten. Also, wie man das macht. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwie am Anfang steht und ein bisschen Unterstützung braucht. Kommt einfach vorbei. Und fragt. Schönen guten Tag, Mr. Lowell Gamer. So, und jetzt geht es hier wieder von Lila auf Grün über. Ganz komischer Effekt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so soll. Aber, ja gut. So. Gut. Es wird zunehmend heiß. Wir sind jetzt auf 76 Kilometer. Bisher. Toi, toi, toi. Jetzt geht es los. Jetzt kommen wir gleich in den Plasma-Blackout rein. Ich hoffe, dass das hier sauber bestehen bleibt. Also, Surface, SRS, Retrograd. Dann haben wir eine gewisse Chance. So, der Antrieb beginnt jetzt in den Overheat zu gehen. Ist doch alles noch handwarm. Also, ich würde die Hände da nicht ranstecken wollen. Aber, wenn du das so siehst, Bishop, moin erstmal. Und, ja, schauen wir mal, wie das so läuft. Also, ich glaube noch nicht dran, dass das funktioniert. Tatsächlich. Also, ich glaube, das Ding wird trotzdem aufgefrühstückt. Aber, wir werden es sehen. Wir werden es gleich sehen. Wir haben halt einen sehr flachen Winkelmoment. So, jetzt geht das Plasma-Blackout los. Und, mit dem Modset, was ich habe, müssen wir uns eigentlich schon sehen. Sieht man nicht. Ich hätte gedacht, dass wir, ähm... Doch, jetzt sieht man hier diese verpuffenden Wolken eigentlich. Ab dem Moment, wo das losgeht. Aber es steht nicht explizit da, dass das Plasma-Blackout ist. Ah, was ist das Plasma-Blackout? Ah, wir sind nicht ganz sauber im Windstrom drin, ne? Weil es nicht funktioniert. Fuck. Damit werden wir wieder ein neues Problem kriegen. Nämlich das Problem, dass wir nicht sauber in... Windstrom liegen. Okay, also auch wieder was gelernt. Vor dem Plasma-Blackout... SRS aufmachen. Wobei SRS aufmachen wahrscheinlich ab dem Punkt, wo das Headschild nach vorne geht, auch wieder ein Problem wird. Jetzt können wir da hinten jetzt hier rein, ne? Zu stark drehen. hmmm... Also die ganze Probe hat jetzt einfach so viel Hitze aufgenommen. Ja, das Problem ist, dass SRS in dem Moment, wo der Probe-Core den Kontakt verliert, ähm... dass das SRS in dem Moment umschaltet von, äh... Irgendwas fliegt da noch, aber scheint nicht wichtig zu sein. Ähm... Von Retrograd... von Retrograd auf, ähm... auf SRS Hold. Ah, das ist auch schwierig. Dafür waren eigentlich die, ähm... die Airbrakes gedacht, das Ganze dann zu stabilisieren. Hm... Na gut, es zeigt halt einfach nur, dass die Probes, so wie ich es mir gedacht habe, auf Eve nicht gut zu funktionieren scheinen. Nicht so richtig gut. Da fliegt ja eine Probe. Da fliegen Reste, sagen wir es mal so. Also die Probe an sich hat sich wohl aufgelöst. Die Probe an sich hat auch Wiedersingen gesagt, glaube ich. Ähm... Können wir gucken. Ich konnte halt nicht umschalten. Ist sie noch da? Wollen wir mal schauen. Vielleicht hat es ja nur... Ähm... Du kannst dir jederzeit mit Ausrufezeichen Discord selber den Link zum Discord holen. Blah, gut. Das gilt natürlich auch für alle anderen. Jetzt schauen wir mal, was sie überlebt hat. Ähm... Weil beim Decouple wir ja auch auf das Triebwerk fokussiert worden sind. Vielleicht ist es auch einfach das Triebwerk in dem Moment explodiert oder so. Wer weiß das schon so genau. Mal sehen. Mal sehen, wo wir stehen. Aber ein Physics Load... Hahaha... Ein Physics Load bei dieser Geschwindigkeit in der Eve-Atmosphäre. Ich bin skeptisch, dass das gut ausgehen wird. Ich bin wirklich skeptisch. Hahaha... Aus irgendeinem Grund sehe ich vor meinem inneren Auge ein sehr, sehr schwarz verbranntes Grillhähnchen, das sich sehr schnell dreht. Aber ich weiß nicht, wo das Bild herkommt. Keine Ahnung. Aber das wäre so mein Tipp ungefähr, wie das ausgeht. Ja, auf jeden Fall sind hier Sachen sehr rot. Ja, Physik, Physik... Ja, Dinger explodieren. Da ist der Hitzeschild. Da ist der Rest der Probe. Mal gucken, was der Rest der Probe so macht. Ja, das scheint der Probe zu sein. Ja, was ist das hier? Eine Airbrake? Noch eine Airbrake? Gott sei Dank hatten wir Airbrakes. Ja, hier... Ja, es zerlegt sich jetzt so in seinen Einzelteilen. Aber der Hitzeschild ist noch gut. Da ist noch richtig viel Hitzeschild übrig. Hahaha, Leute. Hier kommt was geflogen. Hier kommt das... Advanced Materials Bay kommt in die Ecke geflogen. Macht noch ein paar Proben unterwegs. Eieieieieiei. Das Ding... Das Ding hat sich richtig zerlegt. Ja, der hier hat's geschafft, würde ich sagen. Der hier hat's geschafft. Der Experiment Stouch hat sogar noch... Hahaha, hat sogar noch ein Dings mit dran. Äh... Das hat noch Solarpanel mit dran. Sehr gut. Sehr gut. Also viele von den Experimenten verstreuen sich jetzt gleichmäßig mal wieder über EVE. Also wir haben auf jeden Fall, wenn unser Auftrag war, bringe viele wissenschaftliche Experimente nach EVE. Übererfüllt, Leute. Absolut übererfüllt. So. Ich würde jetzt mal kurz Richtung... Ich will gar nicht mitverfolgen, wie das alles nach und nach auseinanderbricht. Ich überlege gerade, machen wir... Machen wir den dritten Länder... Den dritten Länder, sag ich schon, den vierten Länder noch for the sake of... Ich würde's gern wissen. Es würde mich ja interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass der auch, wenn ich alles richtig mache, nicht richtig funktioniert. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ein steiler Descent mit dem Triebwerk vorne dran nicht echt eine Maßnahme wäre, ne? Um schnell durchzugehen und einfach so viel der Probleme wie möglich in der thermischen Last auf das Triebwerk auszulagern. Ich glaube, ich probiere das nochmal. Also die Kombination... Gute Nacht, Adlan. Heute ist ja richtig Progress. Also tatsächlich muss man der Fairness halber sagen, Kohle und Science mäßig ist heute tatsächlich richtig Progress. Dass wir jetzt mal eine Mission haben, die einfach ein Totalausfall... Ja, es ist halt auch kein Totalausfall. Also es ist ein Totalausfall, was die Lander-Probes angeht, tatsächlich. Das ist unangenehm, aber am Ende kein Weltuntergang. Also wir haben einen Großteil des Geldes wieder reingespielt und ich denke, wir kriegen auch das, was noch fehlt an Kohle, kriegen wir noch eingespielt über die Orbit Signs und über die Ghillie-Probe. Die ist ja auch noch unterwegs. Also das ist ja auch noch da. Ja, das Bohrmaschinen haben wir schon probiert. Das Problem ist da ein bisschen, dass wir... Die Antenne bringt ein Ungleichgewicht rein und damit funktioniert das nur so mittelprächtig, ist ein sehr schönes Wort dafür, glaube ich. So. Also wenn wir jetzt hier sind und einen relativ steilen Descentwagen bla 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 Ich fliege jetzt einfach mal los. So ist hier noch irgendwas, was wir jetzt machen müssten? Okay. Ähm. Los geht's. So, das Ding hier können als Test- und Relay-Bed ich kann hier, damit ich vom Fallschirm, kann ich kontrolliert hat sich vom Fallschirm machen. erstmal die Karte, so. Das ist ja erstmal die wichtigste Part. Gut, äh, ne, gibt kein Control hier von Falscher. Wäre mir irgendwie auch noch nie aufgefallen. Ich gebe zu, ich habe nicht drauf geachtet bisher, aber halt schon, habe ich ja doch schon öfter angeklickt. Ich hätte vermutet, dass es mir aufgefallen wäre. Ähm, Parachute. So, was wir machen können, ist natürlich Control hier vom Probe Core. Aber ich hoffe, dass wir das eh schon tun. So, ein Luftbremsmanöver oder auch Aero Brake. Ja, nicht zu verwechseln mit Lito Brakes. Deutlich unangenehmer. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt mal erstmal bis hier gehen und dann machen wir die Bremse. Wäre das für alle Beteiligten okay? Also für mich wäre es voll okay. Ich mache mal kurz noch das. Solarpaneel raus. Ich finde, da. Strom lädt. Sehr gut. So, und dann bremsen wir uns hier jetzt nämlich richtig schön steil rein. Das wird super unangenehm. Und auch vermutlich kein besonders langer Anflug. Aber entweder funktioniert das und wir kriegen die thermische Last dieses Abstiegs erstmal zu sehr großen Teilen einfach völlig stumpf abgewälzt auf... So, und jetzt machen wir das mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah ja. Ha! Verrücktes Konzept. Man muss Antriebe anschalten, bevor man sie benutzt. Ja, schauen wir mal. Was geht los? So, Leute. So, völlig verrückt, das zu tun. Aber hey, irgendwas ist ja immer... Ähm, zack, zack. Jetzt hoffe ich, dass wir genug Abdeckung von der Probe noch haben, um da hinzukommen. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Dann geben wir noch einmal kurz vor der Atmosphäre richtig gegen Druck, damit wir so langsam wie möglich aufschlagen. Naja, und dann beten und hoffen, ne? Thoughts and Prayers. Oder wie nannte man das? So, das Coole ist auch, wir kommen dadurch auf jeden Fall auf der hellen Seite runter. So, wie stehen wir zur Relay Trobe? Wir stehen richtig gut zur Relay Trobe. So, bei 90 Kilometer wird es unangenehm. Das heißt, wir werden vorher noch mal ordentlich auf die Bremse drücken. So, ich nehme jetzt einfach so viel wie möglich an Geschwindigkeit noch raus, bevor es beschissen wird. Ich denke, 36 Kilometer sind so oder so tief genug. Ich hoffe... So, Fallschirm ist scharf. Das Ding ist scharf. Wir gehen dann gleich auf Surface Retrograde. Spätestens bei 80 Kilometer. Oder sobald der Sprit alle ist. Und dann gucke ich auszumachen. Also alles auszumachen. Das wird zur Seite weggedrückt, irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zur Seite weggedrückt wird. Und jetzt aus damit, werde ich gesagt, oder? Ich meine, wir gehen jetzt richtig steil runter. Okay. Let the magic happen. Und die magic dreht es einfach um. Nicht gut. Ups. Wenn nicht der Plasma Blackout richtig trollt. Sehr gut. In dem Moment, wo ich schnell noch SRS mit Retrograde anmache, damit er sich zurückdreht, hat sich direkt erledigt. In dem Moment, ich habe wirklich SRS angemacht und es kam eine Plasma Blackout ungefähr eine zehntel Sekunde später. Ja. Wenn es läuft, dann läuft es. Also das Ding zerlegt sich jetzt halt einfach in so ziemlich alles, was es mal war. Hervorragend. Läuft. Läuft richtig gut. Also die Props waren nix. Muss man, muss man ehrlich eingestehen. Muss man ganz ehrlich eingestehen. Naja, kann nicht immer nur alles geil laufen. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, ganz gut bedient mit der Aktion. Wir stehen sehr, sehr gut da, was unsere Finanzen angeht. Und unsere Wissenschaftspunkte. Das heißt, wir können uns im nächsten Stream noch ein bisschen mit der orbitalen Wissenschaft von Yves und vor allen Dingen mit Gilly auch noch beschäftigen. Also da haben wir noch einen Länder, der potenziell noch ganz gut was rocken kann. Müssen wir mal sehen, wie das funktioniert. Da bin ich aber deutlich zuversichtlicher als bei Yves, muss ich ehrlich sagen. Ja Mensch, bis hierhin vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal. An euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.